Also ja, was leider weggefallen ist, was schade ist, ist, dass die alle in Professor Xavier, Professor X reinrennen beim Schrottplatz und der einfach nur einmal schnipst und der Körper zurückgetauscht wird und der dann noch ein bisschen Jahre Jahre gesagt hat, ähm, ja, trefft euch einfach morgen mit mir und dann hat er am nächsten Tag mit ihm gesprochen. Vielleicht willst du erwähnen, dass ich den Typen in Asch aufgehen lassen habe. Ja, dann ist das jetzt... Der fehlt halt so ein bisschen in Klopp-Texten. Und dann hat er darüber geredet, wie die Mission war und er hat auch gefragt, wie sie sich gefühlt haben, weil er halt wissen wollte, ob sie sich fühlen, wie sie sich fühlen. Dann hat Infernal seine Geschichte erzählt und Professor Xavier hat halt angeboten, ihnen halt, ihnen zu helfen in Kurzform, ne? Und dann haben wir Paintball gespielt. Ja. Und ich hab gewonnen. Ja. Ja, und das war's dann auch. Okay. Und jetzt sind wir bei Black Skull, um einen Auftrag über einen entflohenen Verbrecher zu bekommen. Oder mehrere. Oder mehrere, das hat er nicht gesagt. Ja, also, es geht einfach weiter, okay. Na klar, vielleicht kann ich dir jetzt noch extra Aufnahme oder was zu machen. Also, ja, ihr trefft auf Black Skull. Es sieht einfach wie ein Ghost Rider mit schwarzen Flammen aus. Okay, cool. Ja, schwarze Flammen sind noch sehr impressive. Ja. Ab Trouble. Oh, die Teen Titans, ja. Wir können uns auch direkt Teen Titans nennen. Hallo, ich bin Robin. Ich lieber Nightwing. Ich bin dann Raven. Ist das denn dann immer noch Teen Titans? Ich kann nicht. Nein, dann bin ich natürlich Nightwing. Niemand will Robin sein. Das ist einfach nur ein Running Gag, den ich immer mache. Ich nenn euch einfach Teen Titans. Ich weiß, ich weiß. Ich sag nur, ich sag das auch so. Ich sag, wenn das so ist, dann bin ich Nightwing. So lange bis nicht irgendwann mal ein richtiger Name von euch kommt, dann. Achso, ja, das stimmt. Ja, noch, wir kennen uns einen Tag. Ihr kennt euch fast eine Woche. Okay, ja, okay, wir kennen uns eine Woche. Aber am Ende der Woche kann man vielleicht über einen Teamnamen reden. So, vorher ist es ein bisschen über alt. Das spürt ihr auch. Wir hatten einen Einsatz. Das können wir auf jeden Fall noch einspielen. Also auf jeden Fall, natürlich. Ähm, ich verfolge gerade, ähm, Color Samurai, Shin und Fritz. Fritz? Okay, Fritz klingt super wie Nazi. Nein, ich möchte Fritz. Auf den seid ihr schon mal getroffen. Oh, okay. War der schlimm? Du bist schon mal auf Fritz. War der schlimm? Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Das ist, du kannst ja auch noch ein Problem machen. Okay, das ist wie? Einfach, du würfelst jetzt mal. Mit wie viel Würfeln? Auf, ähm, Urteilsvermögen. Urteilsvermögen. Ich würde dir gerne mein Urteilsvermögen leihen. Ich bin da gar nicht so scheiße drin. Das habe ich auf drei. Nein, gibt's da noch was dazu? Okay. Next. There is nothing. Das ist wirklich. Ja. Das ist ein superneutraler Wunsch. Fritz klingt für mich wie ein Nazi. Ich möchte den Nazi. Was waren die anderen Namen? Shaila Samurai. Oder verfolgen wir alle ein Ziel? Das ist, ähm, die haben sich halt in einer Gruppe zusammengefasst. Ah, okay. Das ist noch besser. Nehmen wir alle auf einmal. Dann gehen wir auch als Gruppe. Okay, was können die alles? Ist das bekannt? Wir räuchern die aus? Was? Das war, das war jetzt nur ein Schmerz. Also, das habe ich von ihr verstanden, ne? Ich habe das gehört. Nein, was können die alles? Das weiß ich nicht. Es muss doch irgendwas bekannt sein. Ja, das hätte ich jetzt auch. Vielleicht sind es keine Gefangenen, sondern neue. Achso, ja, ne, Moment. Das sind nicht die Gefangenen. Das habe ich vorhin gesagt. Ich habe gedacht, das sind die Gefangenen. Aber das sind es nicht. Das sind nur in Throne Verbrecher. Ich könnte die Wortmögen nicht ausräuchern. Aber im Throne kann für überall sein. Also, gerade so aus der U-Haftzone, bevor man die... Zum Beispiel, oder aus dem Internierungslager, Gunantongo Bay oder so eine Scheiße. Ich glaube, irgendwas muss es ja gar nicht geben. Gefangenentransport. Ja, zum Beispiel. In den Rooftem. Untersuchungshaft. Also, ich kann es ja wirklich ausräuchern. Ja. Ich habe eine Rooftbombe. Ja, er auch. Ich mache das etwas effektiver. Wir sind danach gut durch. Kann es ja heißen. Ja, du kannst dann mal anzütteln und dann kommt er wieder. Plexgal weiß halt nicht viel über die drüber. Und, naja, wie du vielleicht siehst, ist anrufen nicht gerade so ganz toll. Weil, na, Mädchen, ja. Weil er in Flammen steht. Achso. Kein Sexistisch. Er sagt nur Mädchen. Was ist denn los? Nicht Sexistisch. Okay, weibliches Individuum. Did you justice too much, Jason? 2020 ist back. Ich weiß nicht, dass wir die dritte Fan-Nazi werden. Wenn sie driften, mommelt er. Okay, wenn die Fan-Nazis kommen, ich höre nur Nazi. Was? Du warst im Internet unterwegs. Du weißt, was die Fan-Nazi ist. Oh, ja, stimmt. Genau, ich bin sogar sehr aktiv da. Ja, dann weiß ich es mittlerweile. Das ist richtig. Es sei denn, die Sibylla hat absolut oft gehört. Dann weiß ich es nicht. Aber die hat trotzdem stattgefunden. Aber ein paar gibt es immer noch, ja. Und irgendwo liest man das immer, ja. Aktuelles Fan-Nazi. Fan-Nazi ist einfach jemand, ein extremer Feminist. Also Beziehungen, der sich so behauptet, der behauptet, er ist es. Und im Endeffekt nur will, dass Frauen mehr kriegen als Männer. Und Männer sollen ganz unten sein. Die wollen das Matriarchat. Die wollen das Matriarchat stürzen? Nein, sie wollen das Matriarchat. Das ist die weibliche Name. Ach, stimmt, genau. Das andere ist... Patriarchat. Patriarchat, genau. Was nicht kurz mal existieren. Ein Rollenverkehr. Ja, natürlich nicht, Alter. Wir haben Merkel. Wo ist denn hier ein Patriarchat? So, weißt du? Wollt ihr mich verarschen? Haben wir uns nicht vorgestellt? Kannst du mich auch mal beim Namen nennen? Ich meine nur. Hast du nicht? Keine Ahnung. Du hast dir nicht vorgestellt. Haben wir uns alle nicht vorgestellt? Nee, aber er kennt uns offenbar, weil wir die Teamcheiden sind. Er muss doch mal... Das war ein Running-Dick. Ja, aber... Äh, gut, okay. Ich bin Käpt'n Empfener. Ach, wir stellen uns. Rose Spear. Stellt. Petrus. Gut. Ja, weil Petrus lacht damals. Wir holen dich an. Ich bin keiner, ja? Ich bin komisch an, wenn sie wissen, was ich bin. Ähm, haben wir einen Aufenthaltsort? Oder einen letzten bekannten Aufenthaltsort zumindest? Ich wollt mich halt nur hier mit euch treffen, damit wir halt direkt dahin gehen können. Ach, du weißt schon, wo die sagst. Alles klar, lass uns töten. Ja, aber. Was sagt ihr dazu? Ja, ich muss mal ein Stoß. Als ich das sage. Nein, wir töten nicht. Ich zieh erstmal. Okay. Ich kümmere Katze. Ja, das wäre dann das Letzte, was du machst, ja. Ich sage euch, dass ich beim Haku anrufe... Okay. Moment, wann meinst du damit? Hier. Dein Haku nicht drauf? Ja. Okay, ich bleib drauf in den Haku. Was? Was? Er dachte, wenn ich ihn töte, dann tötet er mich. Wenn du tötest, ja. Easy. Ich sehe, wie er sieht das andere. Ja, aber das ist nicht so, ich sehe, ich muss nicht die gleiche Welt anschauen haben, wie er. Ja, das ist alles cool. Ja. Okay, was, wenn ich sie verstimmeln? Wenn ich muss? Was? Was, wenn ich sie verstimmeln, wenn ich muss? Das ist was anderes. Ja, cool. Alles klar. Dann kommt Stoß mit rein. Also haben sie dann, kriegen wir unsere Superheld, ziehen wir unsere Heldenanzüge an oder nicht? Ja, jetzt sind wir auf offiziellen Einsatz, das können wir anziehen. Ihr müsst euch umziehen. Also. Ich habe meinen Stock, zieh mich umherkommen wieder. Ja, ich ziehe meinen Anzug an. Und Anzug an. Da, ziehen sie den Anzug an. Im Anzug. Du brauchst einen Anzug? Warte kurz. Ja, in Homecoming war das, äh, nicht in Homecoming, in Far From Home war das so geil. Mit Tappy, das war eine richtig schöne Szene. Ah, weil du richtig in deinem Gesicht gesehen hast, wie er Stark das Stehen sehen hat, als der kleine Stand im Endeffekt. Also Spider-Man. Wie dem auch sei, ähm, ich kaste wieder die Feuerfahrer auf mich, die 1000 Grad Klingel bei Berührung in die Richtung schiegt. Ich sag das euch, fast berührt mich nicht. Versucht unter allen Umständen zu verhindern, mich zu berühren. Ihr werdet sofort abgestopfen. Ich wusste nicht, wenn ich aufzweifel. I'm just saying. Ich versuch mein Fass wird. Ich geb mir Mühe, die nicht auf die Schulter zu klopfen, wenn du siehst. Ja, das wär gut, ja. Auch wenn ich erfolgreich war, spaß sie für später. Gib mir Bescheid. Applaus geht's. So, gut, gehen wir rein. Ja, Moment. Ist da eine abgeschlossene Tür? Die ist abgeschlossene Tür. Ich berühr das Schloss und lasse es schmelzen. Und, mach dann die Tür auf. Oh ja, wir gehen offenbar zu Ariel rein. Da kann ich mich voll sagen, ich weiß auch nicht warum. Ist wahrscheinlich von ganz woanders. Das ist Peter, Rowe, Bushido. Okay, das ist klar, das ist nicht Ariel. Wir haben es irgendwann mit zwei Samuraden vermutlich einen Deutschen zu tun. Ja, dann passt. Peter Schmidt, der kennt Deutsche. Ja, das war damals schon das Bündnis. Du möchtest noch mal, du möchtest vielleicht noch mal eine Erinnerungskunde machen. Vielleicht kann ich mich mittlerweile, ja, du musst mir sagen, wenn ich darf wieder, ne? Na, glaub schlecht. Das ist minus ein. Da kennst du zwei Personen, ja? In dein ganzes Leben hast du nur zwei Personen. Ach so, ich wollte gerade sagen, warum? Ich kann mich da nicht erinnern. Von den Leuten, die da sind, kennst du zwei, ja. Von den Verbrechern? Du kennst zwei Drittel der Gruppe. Und ergeriert es dich nicht, der Teil. Warte. What? Einer weiß nicht, der andere der. Meinst du, ich erinnere, über dieser Probe kenn ich die zwei? Nein, nein. Ich wollte schon sagen, was macht das denn für einen Sinn? Das ist voll kackt. Ja, eben. Du könntest dich ganz einmal an die Roche-Gallery erinnern, die ich euch gestellt habe, ja? Also, ich erinnere mich an die, äh, an die, äh, es könnte auch ein Name sein, es könnte auch ein Name sein. Ich sag dir mal, was passiert, es steht wieder an der Tür und die ist verschlossen. Welche Namen waren es nochmal? Ich komme überhaupt nicht darauf an. Also, wo geht's? Es war Color Samurai, Shin und Fritz. Shin ist auch unter einem anderen Namen bekannt, aber den hat er nicht angegeben. Ich google die drei. Du bekommst nichts. Gar nichts, okay? Es sind Sturken, die können hier... Ja, das sein können, dass sie mal irgendwo erwähnt wurden, oder so. Ähm... Es steht wieder draußen an der Tür, die ist wieder zu. Ja, ich frag mich gerade, was hier passiert ist. Ja. Ich kann mich auch nur an diese Galerie erinnern, Alter. Bist du sicher, dass ich dabei war? Ja, ich war mir sehr sicher, dass du da dabei warst, ja. Outgame... Und ich hab die Leben lassen? Ja, weil wir entkommen sind. Ah, okay, ich wollte gerade sagen. Das muss einen guten Durchgang haben. Das ist aber ohne Mensch. Ha? Ja, ich wollte Menschenleben wieder eingefallen. Ja. Nein, du fragst nicht, woher du möglicherweise kennen könntest. Ich komme in-game und outgame nicht drauf. Und selbst wenn ich in-game oder outgame draufkomme, würde das nicht bringen. Ich hab's in-game nicht gecheckt. Wir haben jetzt Zeit, wir können nichts machen. Ja, es steht wieder draußen vor der Tür, so ein Klecks. Das ist wahrscheinlich die ganze Zeit passiert. Das war zumindest... Ich geh einmal um den Sausrund. Da sind ein paar Fenster. Gibt's einen anderen Eingang? Nein. Okay, ich schlag mal Fenster ein. Was passiert? Du stehst wieder am Eingang. Du musst dich, glaub ich, erinnern, ne? Unser Fenster ist toll, oder was? Okay, du. Oh, sch... Du wirst quasi immer wieder zurückgesetzt. Oh Gott, das ist ein Zeitkontrolle, oder? Ja, ich bin... Ich erinnere mich dunkel an einen Zeitkontrolle, oder? Da war ich dabei. Ja, will Lifehaut mal was los? Achso, der andere ist dabei. Achso, ich vergesse es immer, ja. Ich finde, das ist auch so dumm, dass du jetzt einen anderen Charakter hast. Ja, ne, Moment, das wäre Meta-Wissen. Ja, aber wie weiß bitte dein Schüler das Wissen von Spectre, ja? Du könntest mal die andere Gruppe anrufen. Das ist möglich, aber will er wirklich Spectre anrufen, oder Velos? Also Velos auf gar keinen Fall. Das ist der Speedstar, ne? Ja. Spectre von Velos ist der Speedstar. Ja, eher schon. Eher schon, weil nicht nur, dass er mir seinen Arsch holt, im Endeffekt, wenn er das nicht in Ordnung bringt. Vielleicht weiß er was. Ich ruf ihn mal an. Soll ich jetzt Spectre spielen, oder? Ich geh rein. Ja, hallo. Jo, dude. Wendersst du dich an mich? Ja. Cool. Wir haben hier drei Zielobjekte und hier passiert was komisches. Vielleicht kennst du dich ja mit so einem Scheiß aus. Ich meine, du hast ja alle mögliche Kacke drauf. Komm auf den Punkt. Äh, ich werd mal nicht so ein Verschämt. Äh, ich sag, äh, Fritz, Kala Samurai und Sim. Äh, Shin. Sagt dir das was? Ja, erinnerst du dich an Umbrella Corp. Ja. Da war so ein Typ, der zwei zurückgesetzt hat. Was war ein Umbrella Corp? An den Rund erinnere ich mich. Ich hab mich mal an diese komische Galerie nicht erinnern können. Rogue Galerie ist einfach der Begriff für Batman Rogue Galerie. Dass er extrem viele Schuriken hat gegen Dierke. Ach, so hast du das gemeint. Ich dachte, das wäre eine Kunstausstellung. Wir haben auch eine Kunstausstellung. Wir haben in unserem eigenen HQ ausgedacht. Deswegen hab ich vorhin gesagt, das könnte auch ein Name sein, als du Rogue Galerie gesagt hast. Ja, das ist komisch ausgedacht. Ja, wie los hat sich mal angefangen, sowas anzulegen. Ja, ja, dann ist es richtig. Ja, klar, sag doch einfach Verbrecherkartei. Ist doch ein Schaden, ab und zu englische Begriffe zu wenden. In einem englischen... Ja, ich dropp dir die ganze Zeit. Aber da war ein Fassi-Matter. Ich hab doch wann an Batman gedacht, dass ich Rogue Galerie... Okay, dann, äh, ich überhaupt nicht. Gar nicht. Er hat es auch komisch ausgesprochen. Ich hab's auch überhaupt nicht gecheckt. Ich hab's auch nicht gecheckt, er hat es richtig ausgesprochen. Ich hab an eine Bildergalerie gedacht, also ganz ehrlich. Oh, ich ziehe dich. Ja, ähm, okay, mach das. Ähm, ja, dann erzählen und, achso, eine Zeit zurückdrehen. Okay, über die anderen, weißt du auch noch was? Nicht, okay, cool. Welcher von den drei ist das? Schönes. Schönes, das ja natürlich, okay. Gut, alles klar, du hast mir sehr geholfen, tatsächlich. Hast es mir nützlich gemacht, danke. Ich lege auf. Morgen musst du immer solche Kacke haben. Du musst schämen, musst du ihn kurz zu übernehmen. Nein, es macht mir Spaß, Alter. Aber die, die haben halt echt keine gute Beziehung, weil er ihn halt richtig in die Scheiße geritten hat, eigentlich. Das musst du offensichtlich auch nicht hier zwischen Chase und Infernal gepostet haben. Natürlich nicht, das ist ein anderer Charakter. Ich vergesse es nur immer wieder, dass es nicht dasselbe ist. Ich nehme das dann ja auch immer zurück. Das ist ja, die geht ja nicht an den selben Typen. Und wenn er halt selber rein, scheiß klar, kriegt er dann von mir. Hat sehr einen Charakter, oder was? Gut, wir nehmen auf zwei. Also Leute, wir haben uns da drum zu tun mit jemandem, der die Zeit zurücksetzen kann. Das war der Grund für das hier. Ich habe verständlich. Ich weiß nicht, was ich dagegen tun will. Leise vorgeben schlägt Black Sky vor. Ja gut, aber der hat mich hier schon zweimal zurückgesetzt. Der weiß, dass wir hier sind. Der nimmt wohl offensichtlich aus, dass es sehr leise Geräusche war. Soll er wieder abhauen und spürt er wiederkommen, oder was hast du jetzt? Ich meine, jetzt ist es zu spät. Soll ich das Dach einstürzen lassen? Wow, der macht einfach zack. Dann ist es wieder heil. Es ist wieder zurückgelegt. Kannst du Migräne verursachen? Ich bin kein Mentalist. Nicht weiter. Ich bin kein Mentalist. Ich bin kein Mentalist. Oh. Ich bin nur Telekinektiker. Kommen wir an die Stadtpläne? Können ich von unten irgendwie? Nein, 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 pass auf. Ich habe eine Idee. Kommen wir an die Stadtpläne. Gut, wir laufen die Gasleitung. Ich kann kein Gas kontrollieren. Wir laufen keine Gas. Ich weiß, das spielt keine Rolle. Er kann es explodieren. Na, hallo. Das darf ich nicht tönen. Der bringt mich gleich um. Seid ihr doof? Nein, es gibt eine viel... Lass mal Gas explodieren und dann ist die ganze Straße hier weg. Nein, das ist nicht der Punkt. Haben die keine Gasleitung? Das ist sehr ungewöhnlich. Und ich halt... Sie wollen ja Gas. Doch, aber nicht halt so eine Hauptpläne. Nein, nein, das ist vollkommen irrelevant. Das spielt überhaupt keine Rolle für mich. Du gehst... Ne, warte mal. Scheiße, wie machen wir das? Wie kommen wir da ran? Äh... Ich hatte gerade gedacht, ein Psychokineser aus der Wand reißt. Aber du musst das Ziel ja sehen. Ja. Im Endeffekt ist meine Idee... Oh, kann ich auch besser. Äh... Ne, scheiße, das könnte ich nicht herausfinden. Kann irgendjemand von euch irgendwie ausspionieren oder so? Ne, unauffällig? Ich kann täuschen, aber du eisst. Sich unsichtbar machen oder sonst... Kann keiner von euch. Ne. Ich kann das hier. Macht sich durchlässig und läuft durch die Wand, oder? Ja, außerdem tu. Äh... Ja, ja, ja. Mach bitte ein Loch in die Gasleitung oder aktivier den Gasherd. Alle... Und wir warten einfach. Ich hab nichts. Ich kann nichts machen in dieser durchlässigen Form. Ja, der kann aber auch wieder aus dieser Form rausgehen, bin ich sicher. Dann ist er später wieder draußen, ne? Dann bringt das überhaupt... Achso, okay. Okay, dann soll... Ach doch, das bringt tatsächlich was. Denn dann kann er nachgucken, ob die einen Gasherd haben. Dann ist das nämlich relevant. Haben sie keinen. Ah, fuck, Alter. Klar, ist unwahrscheinlich. Jetzt machen wir Schluss ins Blaue. Die Sache ist... Außerdem fällt ihm auf, dass er halt am Tisch ist und da liegen zwei Personen, an denen irgendwie herumgedoktert wird, ja. Oh, okay, bei Umbrella Corp. Nein, das ist nicht... Das ist nicht mehr Umbrella Corp. Das war nun mal... Das wirkt jetzt so ein bisschen wie Nobu. Das waren eher Selbner, die da mal angestellt waren, ne? Man muss ja Geld verdienen, ne? Ja. Ich weiß, was ich mache. Ich gehe zur Auswand, beziehungsweise zum nächsten Fenster. Willst du uns in den Plan einbeiden? Oh ja, ich drehe einfach die Hitze so sehr hoch, dass die da dringend einen Hitzeschlag kriegen und die ohnmächtig sind und wir gehen rein. Das kann ja nicht aufhalten, unmöglich. Ich leite hier so lange Hitze da rein, bis die Scheiben anfangen, dass da... Das muss die flüssig werden. Genau. Und spätestens ab diesem Punkt haben die einen Hitzeschlag. Weil das der Körper einfach nicht aushält. Das sind ungefähr 200 Grad. Aber halt nur Hitze, kein Feuer. Die sind ohnmächtig, wir gehen rein. Schmerzer Stoß auf und wir verhaften beide. Ah, alle. Es wird so rückwisselt. How is she still conscious? Ich glaube sie nicht, der macht es nicht einfach, wenn es irgendwann mal ziemlich warm wird, ja? Ja, sie hat gewartet, bis die Trocken kamen. Also bis die Scheiben runtergelaufen sind. In dem Moment muss er schon anmächtig sein. Er kann beachten, an bestimmten Temperaturen mal den... Ja, dann hat er es aber auch bevor die flüssig waren gemacht, weil das macht keinen Sinn sonst. Ja, das war immer der Plan. Ich dachte, das läuft schon und er macht das verrückendig. Und ich dachte mir, fuck you. Das ist nicht so, als wäre er taub an der Haut oder so, ja? Der war auch schon beim ersten Mal ein krasses Problem für euch. Könntest du mit Telekinese eine quasi kinetische Blase machen, in der du mal eine Hitze fangen kannst? Also quasi speichern. Weiß ich nicht. Was? Gas selber kannst du nicht kontrollieren? Nicht Gas, nein, 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 nein. Sie soll mit ihrer Psychokraft die Hitze containen. In einer Blase quasi. Also in einer technisch gesehenen Blase. Wir machen da quasi eine kleine fliegende Bombe draus. Die er niemals hören wird, weil sie keine Geräusche macht. Also keine Bombe an sich, aber so ein Hitze schockt, dass er auch unnötig wird. Äh, ich brauch sie. War Black-Style eigentlich in dem Moment, wo die größte Sichtkontakt zur Blase haben, oder? Hinterfenster. Oh, stimmt. Das stimmt. Ah, das bringt gar nichts, ja. Ich brauch eigentlich einen festen Gegenstand. Nee, du müsstest nur Sichtkontakt die ganze Zeit mit der Blase haben. Das kriegen wir nicht hin mit meinem Plan. Ich hab auch gerade überlegt, ich trag sie einfach. Kann ich, gibt's einen Short-Stein? Das ist nur Industrie-Schauenwelt. Gibt's irgendwas, wo ich das reindroppen könnte? Nein. Warte Sekunde, das ist ein Industrie-Schauenstein? Aber nicht so einfach. Also dieser riesige? Nein. Achso, okay. Ich wollt grad sagen, Alter, dann lass ich dir einfach eine Stichflamme durch, Alter. Also in dem Raum, wo die sind, gibt's auch keine Fenster. Sonst hätte ich so einfach davor... Hey, wait a second, das kann ich auch so machen. Ich hau eine Stichflamme da rein, wie durchs ganze Haus geht einmal. Die wird dir nur ein bisschen angucken. Nee, die wird dir nur ein bisschen angucken, nicht verbrennen. Nicht mal wirklich eine Verbrennung vor Ort, nur ein bisschen Haare und Klamotten ein bisschen angucken. Und das wirft die aber um. Und deswegen orientiert die. Von mir auf, da hat er vielleicht auch eine Aktion und so. Ja. Er ist deswegen orientiert, eventuell kann er mich da nicht zurücksetzen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Dann, ich würd sagen, wir stellen vor einen Plan auf. Ja, was mach ich dann? Ich steh an der Tür, mit einem Streitkopf. Und dann werden die Leute verhaftet. Ja. Ich steh an der Tür, mit einem Streitkopf zum Aufmachen, aber schön. Black Skull hat schon den Raum auswendig gemacht. Wir haben die Pläne des Hauses. Markieren uns bitte den Raum auf dem Plan. Das ist halt... Ziemlich in der Mitte. Okay. Erdgeschoss oder... Erdgeschoss. Erdgeschoss, super. Perfekte Position für uns. Also, du hast deine Richtlame, ich zähle bis drei und dann mache ich die Tür. Ja. Okay. Okay. Eins, zwei... Und zwei Misserfolge, ich hab zehn Erfolge. Okay. Das ist jetzt... Ja. Passiert. Ich zähle bis drei und... Ja, kleine Gegenstände werden da drin auch umfallen. Ja. Und dann versuche ich die Tür auch zu... Oh je. Den wirfst du noch mal. Wenn du es nicht schaust, du suchst ich. Das ist ein Erfolg. Erfolg plus sein Stärkewert ist? Vier. Also fünf insgesamt. Also will Kaktür reichen, oder? Ja. Und dann stürmen wir rein. Ja. Wir alle natürlich, ich auch. Berührung. Immer noch gilt nicht berühren, ne? Deswegen sind wir noch aktiv. Wie ist das eigentlich, wenn du, Alter, noch nicht draufläufst? Wird's auch ausgelöst. Oh shit, Digga. Also ich halt schon zwei Meter Abstand zu euch. Und schon durch die Kabine reichen. Sehr geil. Sehr geil. Sehr geil. Ja, absolut. Hashtag Stay Home, ne? Ja, also ich halte Abstand zu euch, damit das nicht passieren kann. Und halt euch auf jeden Fall den Rücken frei. Also ich bleib hinter denen. Ich hätte gesagt, du machst die nächste Tür auf, weil ich hab einen Damage-Spelle. Ich kann auch was machen. Ihr wisst gar nicht, ob eine nächste Tür überhaupt existent ist. Ja, das ist doch in der Mitte. Ja, und? Ja, und? Ich würde sagen... Dieses Haus muss nicht im Takt sein. Hier sind auch drei Verbrecher drin. Ja gut, einer kann... Das Haus muss nicht denen gehören, zum Beispiel. Sie müssen nicht mal zu sein. Warum sollte sie zu sein? Der weiß, dass er zurücksetzen kann. Normalerweise. Er hat keinen Grund, die Tür zu schließen. Niemals. Zu keinem gegebenen Zeitpunkt. Der Frontline, ich kann uns nicht schlafen. Wenn er möchte, kann er immer mit offener Tür schlafen. Wenn einer kommt, setzt er ihn zurück. Und ich muss nachdenken. Ich hab halt nur ein Damage. Ja, und? Was? Aber noch Deflection. Ja. Ist doch gut. Reicht doch. Deflekt hilft, aber nichts gegen Zeit zurücksetzen. Der Typ ist gerade am Boden desorientiert. Ihr müsst schnell genug zu ihm hinkommen, um ihn auszunocken. Am besten knockt ihr alle drei aus, damit mir kein Risiko eingeht, dass nicht irgendeiner von den anderen das ist. Ne Ahnung, wie der Typ aussieht, damit ich ihn ausknocken kann. Das ist bestimmt nicht. Du wirst nicht, wie es schön aussieht. Ich schon, oder? Nein, du hast keine Erinnerungsprobe geschafft. Aber hat mich das nicht erinnert, als er das gesagt hat? Du erinnerst dich nicht. Herrgott, ich hab die Aktenzugriff auch. Ich ruf auf mein Handy die Dakt auf. Das machst du, wenn du reingehst. Ich bin hinter allen. Ja, das war dann deine Aktion, so führte es. Ich wäre sowieso, als es das dann gewesen wäre. Und ihr solltet, weil ihr alle von mir seid, das schon regeln können, mit ohnmächtigen Leuten umzugehen. Da stehen drei... Die regen rein. Das liegen nur zwei Personen auf dem Tisch. Schütt, wie sind die Gelder? Sobald ich das Bild habe, schicke ich das natürlich denen. Sind das die, an denen rumgedruckt worden? Ja. Sind das Seiten? Reden die noch? Die schicken die die Teilen aus, ja. Das sind Salber... Die sind für Salber. Androids? Das könnte auch sein. Wo sind die Typen dann? Das ist eine gute Frage. Das bessere Bild, was ihr euch da vorstellen dürft, ist der blauten Engel. Was? 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 Okay. Was ist das? Ah, kleiner Tipp, hier ist alles voller Husten gerade, durch meine Stichflamme. Das heißt, wenn du in die Richtung, in der gelaufen ist, seht ihr auf jeden Fall die Fußspuren. War denn das? Das sind keine Fußspuren. Okay, dann ist ja hart, dass er sich offenbar teleportiert. Wo ist es liegen geblieben? Dann würde da ja keine... Würde da noch eine solche Person da liegen. Gibt es irgendwas an der Decke, was auffällig ist? Sowas für eine Deckenklappe oder sowas? Fenster gibt's auch keinen. Das hatte ich Black Skull schon gefolgt. Nicht von hier aus, ja. Könnte hin. Es gab keinen Hinterausgang. Das heißt, er hätte an uns vorbeugt kommen müssen. Oder ist halt weiter das Gebäude dabei. Ich lese mir das Dossier durch. Kann der die Zeit auch so stoppen, dass er sich trotzdem weiter bewegen kann? Okay, rufen so und dann ist er einfach abgehauen. Ja, die werden... Es wird Ambulanz gerufen und die werden abgeschlepft. Ich meine... Die anderen zwei, die nicht da bewusst sind, sind das geschehen. Das sind drei Schulden. Ja, das sind drei Schulden. Achso, das sind... Ich dachte, die Bewusstlosen sind schulden. Nein, das sind Opfer. Achso. Okay, achso, okay. Whatever. Ja, dann Handschellen an alle. An die Unschuldigen auf dem Tisch? Nein, an die, die auf dem Boden liegen natürlich. Da sind doch niemand, die sind weg. Ich denke, da sind jetzt... Alle drei sind weg. Achso, nur die zwei Opfer sind weg. Achso. Nur die zwei Opfer sind weg. Ja, klar, macht Sinn. Wenn ihr die Zeit stoppt, gehen die natürlich auch... Nee, Moment, dann könnten die nicht mitkommen. Ja. Das ist ja unmöglich. Wenn ihr die trägt, ist das möglich? Nein. Nein, okay. Er trägt sich ganz allein. Dann sind die noch irgendwoher im Gebäude. Oder einer von denen kann teleportieren. Ich durchdruck das Gebäude mit Zermahnsicht. Klar ist hier alles warm, aber diesen wärmer. Weil die haben das auch abgekriegt. Das hieß gar nicht. Oh. Aber wie? Da muss einer von denen teleportieren können oder sowas. Andere Erklärung hab ich nicht. Portal vielleicht noch. Gibt es da noch andere Räume? Tja, Fabrice könnte was überprüfen, aber als Magie ist es etwas sehr dumm. Was ist das denn? Arsch. Magie gewirkt wurde, klar? Nein, wurde es nicht. Er hat Magie gewirkt. Nein, ich hab keine Magie gewirkt. Das ist keine Magie. Bis jetzt ist keiner wütig Gott am Gott zu tun. Mal um eure Leistung zu sagen. Wow. Jetzt in dieser Situation? Ich wollte es schon sagen. Also ich fand es eigentlich ziemlich gut. Davon darf jeder mal. Das hat mir nämlich auch übelst Spaß gemacht. Ja, das war auch cool. Ich hätte 5 auf der Passe drin. Du merkst keine Magie. Außer ein paar Maskierungen, um Sicherheitskameras zu verstecken. Ja gut, wir wissen, dass Sicherheitskameras drin sind jetzt. Können wir irgendwie darauf zu bleiben? Gibt es da in der Küche? Ist in dieser Küche Mehl? Bruder. Hä? Keine Mehlstaubelstilösung. Das war nicht mein Schlamm. Ich hab vorhin auch schon daran gedacht. Aber das ist nicht, was ich will. Das herf ich auch so. Nein, das ist nicht der Punkt. Aber gibt es irgendeinen Staub oder sowas? Ich weiß genau, was wir machen würden. Es reicht nur Puder oder sowas. Deswegen hab ich die Farbbomben in Shadowrun, um unsichtbare zu entdecken. Genau das will ich machen. Von mir, siehst du denn jetzt welcher Mehlstil? Ich denke, ja, eigentlich schon. Aber ich weiß nicht, wie die Unsichtbarkeit von Magie funktionieren würde. Oder wenn das eine richtige Fähigkeit ist, ob die das vielleicht auch mittagern können. Ob die wirklich reell unsichtbar werden oder sowas. Nein, wenn ich sie nicht sehen, kann ich sie auch nicht kontrollieren. Die ganze Packung Backpulver oder was, ich finde, scheißegal. In die Hand, sodass es auch bröckelfrei ist. Geh in den Raum. Wenn ich etwas sehe, versuche ich das festzuhalten. Wo steht denn gerade jeder? Ja, ich stehe in der Tür des Raums. Ich bin der ganze Täter im Meer gekommen. Ich will ja, dass ich den ganzen Raum abschicken kann. Wo steht denn gerade jeder? Ich stehe hinter dir. Ich auch. Okay. Also. Das ist safe. Ich wollte gerade sagen, ja, ich stehe in die Tür gegangen. Ich stehe in die Tür gegangen. Das ist uns ja gesagt. Im Raum. Ist doch auf den toten Winkel zwischen euch oder wie? Was? Hä? Ich verstehe. Die stehen hinter mir alle. Ich bin halt direkt hinter mir. Ich stehe direkt hinter mir. Wenn ihr alle im Raum seid, dann habe ich euch alle angeboostet. Nein, wir können alle in den Raum reinziehen. Ja, das genau. Nee, Sterne an der Tür. Dann gibts da einen. Er steht an der anderen Tür. Ja. Hat er gesagt. Okay. Ach, du meinst hier. Ja. Mhm. Dann hat nur Michi jetzt eine Wahrnehmungsprobe drin. Oh, Bruder. Verlass dich doch nicht auf mich. Ja, mit Scheiß mal besser nicht einmal rein, außerhalb. Ja, wobei, Setup geht ja eigentlich immer. Ich bin halt direkt im Raum, aber auch egal. Das ist kein Mr.Post. Du hast immer noch deine Wahrnehmungsprobe. Das ist neutrales Fuck, ja. Ja. Die Erfraut. Er hat halt sein... Oh, okay. Und das allererste Fade von Michi, also. Ja, ist jetzt... Oh, sehr gut. Es ist immer noch eins. Was dir jetzt auffällt, ist, wie ein Samurai hinter den Auftauch, den roter Rüstung, und gerade zuschlägt, mit einem... Lass mich kurz... Hinter wem? Hinter uns drei. Und mit einem... Aber ich steh eigentlich im Raum rechts neben der Tür. Ich lach jetzt schon, wenn der mich liegt. Und mit einem blauen Schwer zuschlägt, ja. Mit einem blauen Schwer. Also blau leuchtend, oder einfach nur blaue Klinge? Blaue Farbe. Okay. Ich stehe eigentlich im Raum rechts neben der Tür. Rot, Feuerresistenz. Ah. Ja, da drin. Also ich bin auch getroffen, okay. Hat der irgendwo eine Öffnung? Nein. Wie atmet er? Ich lass dich denn jetzt nicht... Okay, das akzeptiere ich. Ich spring zurück in den Raum, damit ich Abstand zwischen uns bringe. Ich versuche die Klinge zu eröffnen. Ja, natürlich, klar. Nein, das springt nicht von der Klinge auf ihn über. Nein, nein, ich hätte einfach einen Feuersturm in sein Atemloch gemacht. Ich versuche, die Klinge zu eröffnen. Ja, der kriegt eine geschlossene Rüstung mit Atemtank auf den Rücken, ja. Ich wollte gerade sagen, das wäre aber neu. Ich habe es nicht geschafft. Oh, ich bin auch nicht ausgewichen. Ich wollte ihm die Klinge entreißen, das hat nicht geklappt. Boah, Glückwunsch, ihr bekommt alle Glitch-Shots. Hey, 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 hey. Er hat eine Reaktion? Also, ich habe genau zwei Atletik. Meine Reaktion wäre nämlich, er holen wir aus. Und ich habe einfach scheiße gewürfelt zum ersten Mal. Ich habe das nicht zuschreifen können, ja. Wenn ich die Klinge entreißen, dann hätten wir uns auswichtgeschossen. Aber nee, er hat nicht geklappt. Das war ein anderer noch, der ist nur gerade gerollt, ne? Ach, shit, Alter. Also, wie viele Schaden habe ich mich weg. Immerhin könnt ihr mich jetzt wieder berühren, weil die Trap-Nala funktioniert. Dann bekommt ihr vier Schaden, vier körperlichen Schaden. Okay, einfach so, ohne Physik und alles? Ihr könnt auch drauf machen. Ihr könnt los drauf machen, ne? Ja. Hä? Ihr könnt Physik befehlen, ich kriege keinen Schaden. Was ist Physik? Ach, doch, ich kriege einen Schaden. Hä? Sag's auf Deutsch. Äh, Körper. Meine Güte. Also, ich weiß nicht, wie es bei euch drauf ist. Bei mir steht aber Englisch. Könnt ihr kein Englisch? Macht das so. Körper, ihr Lachen. Physik, das dritte von oben. Äh, das ist in der Mitte von oben. Stärke. Dann eben deshalb. Ja. Meine Güte, kann niemand hier Englisch hören. Nein, es hatten wir minus eins, also zwei. Das dritte ja nicht. Dann bekommst du drei Schaden. Ich hab auch zwei. Oh. Wenn ich insgesamt minus zwei hab und vier. Dann wer zählt nicht drauf beim Würfel. Da zählen nur die Erfolge, die liegen, ja. Der negative Wert wird aber abgezahlt. Nein, der wird nicht abgezahlt. Ach so, dann hab ich drei. Ich hab ja keine Aktion gemacht. Ich kann theoretisch noch eine Aktion machen, ne? Ja, ich würde gerne auf ihn zuspringen. Doch, richtig rein in die Klinge. Richtig voll in ihn rein. Dass wir nicht getroffen werden. Nein, das ist nicht der Punkt. Nein, 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 nein. Ich würde direkt in ihn rein, also voll auf ihn drauf springen. Ja. Leg deine Waffe ab. Ich kann er wirklich nicht. Wieso nicht? Der ist rot. Der war vorher da resistent. Ich habe seine Haut nicht. Aber ihn. Und wie berührt deine Haut? Ich hab mal gesagt, das funktioniert nur bei Hautkonten. Ach so, okay. Dann würde ich das gerne retkommen. Da hab ich dich nicht in ihn reingesprungen gesagt. Ich dachte, das funktioniert. Dann nehm ich mein Sturmgewehr und da öffnet das Feuer. Hast du es mitgenommen? Na, jetzt schon. Eigentlich. Ja, basically nicht, aber ich bin auf den Einsatz gegangen. Also das ganze Schuhen ausgehen. Vorhin waren wir überrascht halt von der Schule aus direkt. Da habe ich gesagt, dies ist nie gut. Aber diesmal habe ich es ja oft angelegt auf den Auftrag. Also das macht keinen Sinn. Dann kommt eine andere Reaktion. Du verfehlst alles. Warum? Wie kann sie es Gott auf dem Spiel? Nein, weil der nicht an der Position mehr steht. Einfach weg. Oh, dieser Wichser. Wie gesagt, haben wir jetzt geklingelt wie in der Körperskugel? Nee, das wurde nicht zurückgesetzt. Die Kugeln fallen einfach... Oh, echt? Okay, ich dachte... Die Zeit wurde angehalten. Ach so, ist das gemeint, okay. Ja, wir sind trotzdem dickig genug, dass wir dabei unterstützen. Aber ich muss eigentlich nicht verraten, wie ich meine Moves mache. Ich habe es ja schon kapiert. Ich habe nur missverstanden, dass du gesagt hast, nein. Also ich hatte jetzt drei bei dieser Stärkeprobe. Wir kriegen jetzt wie viel Schaden? Ich... keine Ahnung, wie viel Folge... Ach so, nee, dann hast du keinen Schaden. Ich habe auch drei gehabt. Ich hatte ein Minus, aber es hieß... Der Minus zählt nicht. Und ich habe drei Stärken. Dann bekommst du einen noch, ne? Okay. Das ist weniger als vier. Das ist richtig. Kannst du Fabi nochmal erzählen, der muss sich das noch merken. Kommt der Stärke, wirst jetzt drauf? Nein! Der wird dann abgezogen. Was ist denn los mit dir? Beim Konsti kommt der nicht drauf. Nee, beim Konsti kommt der nicht drauf, ne? Dann habe ich einen Erfolg. Ja, dann hast du einen Schaden abgewehrt. Und dann bekommst du drei, ne? Ach so, Stärke, wirst du auch nicht drauf? Dann habe ich keinen. Auf jeden Fall bin ich auch dabei, ja. Stärke kommt nicht drauf. Nein. Nein! Dann habe ich keinen Erfolg gezahlt. Hallo, wie oft soll ich denn die Scheißfrage noch beantworten? Dann habe ich vier Schaden, toll. Nein, bekommst du nicht. Du hattest doch Erfolge. Nein, hatte ich nicht. Doch. Ich hatte einen Minus. Der zählt nicht. Und kein Erfolg. Das verstehe ich jetzt aber auch gerade nicht. Die Misserfolge zählen nicht wie ein Shadowrunner. Ach so, das ist davon ausgenommen. Das ist davon ausgenommen. Dann hat sie null halt gemacht. Hat sie trotzdem keinen Erfolg dann, ja? Das regt mich auf, wenn ihr mich viermal dieselbe Scheiße fragt, ja? Verstehe ich. Kenne ich von gestern. Kapiert es doch beim ersten Mal. Ich habe es gesagt, so wie es ist. Ist es so? Ist es so? Ist es so? Was soll ich denn? Ich weiß nicht. Du nicht. So, ich bin davon ein bisschen angepisst, ja? Du, also ich habe gestern auch umgeschwählen. Ich weiß, wie es ist. Er macht sein Schwert jetzt. Meine Mutter hat sich gestern so mega dumm gestellt beim Spielen, als ich habe mich so aufgeregt. Er macht sein Schwert grün. Nee, er macht es schwarz, ja? Das sieht nicht gut aus. Also, Magic-Botten? Nein, das ist nicht gut. Initiative-Würfel? Oh ja, stimmt. Sollten wir auch. Da-Würfel, ne? Ja, da-Würfel. Zwölf. Also, Magic-Botten ist irgendwas nekrotisches. Elf! Neun. Wart. Yay, Zweite. Wenn er nicht vor mir ist, bin ich zuerst noch. Ich hab Zehn. Dann bin ich zuerst noch. Ich hatte auch Zehn. Aber ich habe keine Ahnung, was ich ihm gemacht habe. Das ist eher elf, ich hatte elf, ich hatte elf, ich hatte elf, okay. Huh, ich bin voll gekommen. Hat dieser Raum noch andere Türen, als die Türen, durch die wir reingekommen sind? Neun. Auch keine Seiten oder zu anderen Räumen? Ne. Im Raum wegen dem Mail ist jetzt niemand noch aufgetaucht. Neun. Aber irgendjemand hat da geholfen und der ist nicht aufgetaucht. Außerdem ist noch irgendwo eine Trittempester. Gut, scheiß doch, Feuersturm, Charge, durch die Wand. Äh, du siehst ihn ja. Ihn schon, aber ihn versuche ich auch nicht zu treten. Ich muss was anderes. Stimmt, er ist Feuerresistent. Ah, okay. Er hat immer noch ne rote Rüstung. Ja, und ich versuche den Zeittypen zu treffen, überraschend. Ich habe keine Ahnung, wo der steht, ist vollkommen richtig. Ja, der kann, der ist Pottis. Oh, doch habe ich. Thermasicht. Durch die Wände hier sehe ich. Das finde ich nicht. Finde ich nicht. Okay, dann, ach so, das war ja vorhin auch schon was. Scheißegal. Dann charte ich durch die Wand, wo ich ungefähr denke, ich denke, nämlich irgendwie, der steht zwei, drei Meter links von ihm. Damit er komplett außerhalb des Schussfeldes ist. Einfach. Einfach durchhauen. Wenn nicht, dann römmelst du dich das ganze auf, bis es zusammenfällt. Mir scheißegal. So, was ist denn? Dann setzt es zurück. Hä? Dann setzt es zurück. Na, mach ich nochmal. Ich hab Zeit. Hey, dieser Bastard muss auch irgendwann schlafen. Er kann theoretisch so weit zurück sitzen, dass er wieder vor der Tür steht, wenn er will, ja. Toll. Okay, eins, zwei, drei, vier. Zwei Misserfolge. Ich habe zwölfer Folge dabei. Glückwunsch, du livst, du triffst Luft, ja. Aber die Wand ist weg. Die Wand ist weg? Würfel mir mal die Konsti der Wand raus. Guck dir deine Integrität. Wow, die hat wieder standen. Ah, die dreckige Wandrufe. Ich leg meine Hände da drauf und bürste da durch. Ja, okay, das war die Aktion für deine nächste. Ja, ist halt so. Aber ich kann nichts anderes machen gerade. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Sterben. Nein. Kannst du einen telekinetischen Schock verursachen? Indem du einfach bfff machst? In der Kopfhühe von dem Scheißamorei? Eine Brückexplosion quasi? Sie braucht einen festen Gegensturm. Dann in seinen Kopf. Sie ist keine Mentalistin. Sie ist telekinetisch. Ja, aber sie kann den Hirn abreißen, oder? Ich könnte seine Rüstung abzureißen. Dann versuch das mal. Wenn du die Rüstung pierst, mach ich den kalt. Kein Problem. Aber der lässt sowieso wieder zurück, wenn du es versuchst. Aber scheißegal, mach weiter. Mach weiter. Denn das kann ja nicht sehen. Okay. Nein. Und den Helm hast du ihm trotzdem abgerissen. Das kann er nicht zurücksetzen. Nein, nein, nein. Nope, nope, nope. Scheiße. Das ist wieder ein Kampfrätsel von mir. Die mag ich auch. Wer ist dran? Der Magier. Der Typ ist dran. Nein, es ist jemand anderes dran. Der Zeitmagier. Ach so, der. Fritz. Fritz ist dran. Stimmt, das ist ja auch so. Fritz friert dich ein. Mich? Wie? Von wo? Ähm, mal kurz überlegt. Ich bin auch gerade super am Brennen eigentlich. Also ich wäre sehr beeindruckt, wenn er das schafft. Eismagie kontert dich sehr hart. Echt? Ja. Wasser und Eis kontert dich überschneiden. Okay. Es ist nicht so wie bei Pokémon. Okay. Nein. Ja gut, wenn es Eis stärker ist. Ich finde ehrlich gesagt, ich sollte gegen Eis stärker sein. Nein. Aber Wasser würde mich halt richtig ficken. Das würde ich verstehen. Nein, das ist Eis und Flammen. Aber ich stehe in Flammen. Ja. Von mir aus dann eben Wasser. Okay, das ist in Ordnung. Ja, das ist Eis, wo eingefroren, es schmilzt und es löscht dich. Du hast eingefroren, es schmilzt und es löscht dich. Ja, woher das f***. Okay, wo ist der für mich? Du siehst nicht, von woher das kam. Ähm. Und deine Thermalsicht? Mit, ich koch mit Thermalsicht, wo die Temperatur in der Umgebung am meisten runtergegangen ist. Du siehst nichts. Ich seh aber, von wo aus der Zauber gewirkt wurde. Du meinst die... Die Stelle, von wo er das gemacht hat. Ich weiß, warum du mit Thermalsicht nichts siehst. Warum? Er schraubt die Körpertemperatur runter. Auf die Umgebung. Ja, das kann er gerne machen, aber die Fähigkeit, die er gewirkt hat, hat trotzdem den Raum an der Stelle weiter runtergekühlt. Das heißt, ich weiß ungefähr, wo er gerade stand. Wenn er sich von da aus nicht wegbewegt hat, Feuersturm... Wirklich nicht dran. Du hast schon deine nächste Reaktion auch. Du hast doch schon deine Reaktion. Du willst durchschmelzen, das ist eine komplexe Handlung. Du hast gesagt, das ist die nächste Aktion von meiner Runde. Aber das ist wie eine komplexe Handlung mit Vorbereitung. Da habe ich dann keine Reaktion an, oder was? Nein. Okay. Wenn du vorbehalten hast. Okay, ja, wenn das so ist, dann ist das so. Weil du willst dich da gerade durchschmelzen oder was weiß ich wie, ja? Ich wollte eigentlich dann durchrennen mit der Hitze und dem Ding gleichzeitig. So jetzt? Ja, jetzt kipp ich sie halt raus. Wenn sie so weit ist. Oh wait, das ist ja ein amerikanisches Haus, oder? Ja. Ist das ein ordentliches amerikanisches Haus oder ein billiges amerikanisches Haus? Ja, ordentliches. Gut, gut, gut. Das wird hier nämlich alles schon in Flammen stehen, weil sonst wäre alles aus Holz und Watte nämlich. Samurai, dann, es könnte auch immer noch Deutsch gebaut sein. Es ist, ja gut, dann wäre es ein gutes amerikanisches Haus, was auf dem amerikanischen Boden steht. Es ist halt, es gibt eine Amerikanerin, die hat ihr Haus deutsch bauen lassen. Da gibt es mit Sicherheit mehr als eine. Und nach einem Hurrikan das einzige Haus, was stand vor ihr. Tidig, weil das ist das einzige, was auf so aussieht, ja? Die anderen beginnen ja, pfff, leck. Das ist ja gar nichts. Also, okay, ich weiß ganz genau, was er jetzt macht, ja. Er stupst einmal mit dem Schwert nach oben und die gesamte Fabrik ist kaputt, ja. What? What is happening? Was? Wie, die schnitt es ein? Es ist ein schwarzes Schwert. Ich habe gesagt, es ist etwas Negrotisches. Es ist offenbar Land oder Artefaktzerstörung. Also, er macht dann nur zack und es fliegt nach oben in Trömern, ja. Alles? Ja. Also, die gesamten Mauern und so, ja. Er hat im Prinzip ein Haus ausgesprochen. Ich sende ein Distress-Call aus. Ein was? Ein Notar von Helden. Ich glaube nicht, dass wir das hier alleine regeln, ehrlich gesagt. Nachdem der jetzt einfach mal die Decke gestochen hat und es ist deine Realität. Wenn ihr kapieren würdet, was das Spatz macht, dann, ja. Warte mal, schweben die nur hoch? Also, bricht das auf und es schwebt nur hoch? Ja, macht zack und alles fliegt nach oben. Es fliegt nur nach oben. Und zerbröselt, ja. Und zerbröselt, okay. Also, das ist halt... Ich hätte erst gedacht, er hebt vielleicht die Schwerkraft auf alleine. Ich wollte nicht gerade halt, dass halt alles wieder auf euch draufliegt. Ach so, okay. Aber ist die Schwerkraft? Nein. Okay. Sehen wir dann die andere rein? Nein, das fliegt theoretisch ganz normal alles wieder runter, ja. Ach so, das war quasi nur wie Wucht, dieses... Okay. Ja. Oh, shit. Ja. Er hatte noch viel unfairere Kombinationen. Ihr kennt ja nicht mal alle Farben von ihm. Ah, Black Skull, a little help. Okay, wo ist er? Der bereitet was vor. Ah, okay. Ich frage mich gerade, was der so macht, da spielt jetzt in den Hüsen. Ja, sorry. Er muss vielleicht seinen Sündenblick vorbereiten. Ach so, okay, okay. Das weiß ich ja nicht so, was du? Aber ich denke mir so, okay, irgendwann könnte der vielleicht auch mal, der Profi-Held hier immer so einhalten. Hört halt auch drauf mit schwarzen Flügeln. Gut. Gut. Just in a second. Gut. Erst dran. Und pack den Color Samurai. Er ist dran, offensichtlich, ja. Ja, das klang so als fester fertig, weil du so lange Pause gemacht hast. Ich muss ja auch kurz immer überlegen, was du machst. Alles in Ordnung, alles cool. Oh, beruhig dich, Eddie. Ja? Entspann dich, Husa und ruhig ein Ohr. Alle hier so ungeduldig, ja. Ja, der packt den Color Samurai, was ihn ziemlich überrascht hat. Die sind ebenwürdig, ja. Oh, okay. Aber wir können ihm helfen. Ja, dann. Ich, theoretisch. Außer, also wenn die Runde vorbei ist. Ach, ihr wart ja noch gar nicht. Ja. Okay, ja, alles klar, alles gut. Ja, ich kenn das. Ich dachte, die Runde war vorbei. Und deswegen. Jetzt passiert Raum jetzt mal dabei für das Gefächt. Ja, ja, ja. Mir passt das sehr oft zu sehen. Was macht ihr? Erfung, ich wollen, dass... Das ist mir so zuerst, ich hatte neun. Du das auch. Ja, das stimmt. Ja. Das stimmt dann doch, ja. Dann ist er zuerst, dann ist es ja alles hochgeworfen worden. Aber überleg trotzdem schon, was du machst. Du brauchst sonst irgendwie. Ja, ich hab nur eins, weil die wir gerade nutzen können. Der Color Samuraiper ist... Und jetzt sind die zwei Leichen auch da. Die sind auch noch da. Ja, gut. Oder die zwei Konstrukte da. Ja, gut. Ich glaub nicht, dass die uns jetzt irgendwie gefährlich werden. Ich hoffe es einfach. Außer es gibt jemand, der eine Nekromatie hat. Ja, ich hoffe es einfach. Ja, hat er eine Nekromatie oder sowas? Das war ein Schädel. Wait a second. Ja. Die sind tot, ne? Ja, die stehen gerade auf. Er hat eine Nekromatie. Ich wollte gerade sagen, wenn die tot sind, dann verbring ich die Antwort. Das ist kein Mord. Oder sowas. Da kann niemand was sagen. Ja, aber stell dir einfach zwei Platium-Engel vor da jetzt. Okay. Was ist das? Vom Aussehen, ja. Nicht vom Aussehen. Ja, das dachte ich schon. Auf der Weg hätte die ja keine Chance. Natürlich nicht, ihr könnt nicht mehr gewinnen. Ja, ich hätte noch eine Chance. Ja, wenn ihr auch die Werte davon habt. Na, 4-4 kann ich nicht mehr sehen. Ich hätte jetzt einfach gesagt, schicke eine Kreatur vom Feld in 6-3. Das müsste funktionieren. Hab ich halt nicht. Kommt das, ey. Okay. Meine Hüte, wir spielen nicht mehr. Gut. Sag dich zu dem, aber... Ich bin der Einzige im Raum hier, ne? Also, das ist jetzt eine Fläche eigentlich, ja. Du hast die Wand verstanden. Oh, oh shit, okay. Nee, der hat alles nach oben gemacht. Ich weiß jetzt, was ich tun. Die Wand war aber auch verstanden. Ich kann jetzt nicht mehr Content in diesem Raum einen Feuersturm machen, ohne dass ich euch alle mitnehme. Ja. Und es gibt eine Milchverbrechung. Wer macht jetzt von euch den Lieblingsspeher auf die Kala Samurai werfen? Damit Black Skull eine bessere Chance hat. Und ich sage Spekterkopf. Ich will den Speer schaffen und es kommt einfach nichts. Wie Duster Strange am Anfang. Wie Duster Strange am Anfang. Ja, warum passiert das nicht? Wie lange wollte ich das denn? Warum passiert das nicht? Wie Spider-Man im ersten. Ich hab den zweiten Teil, wo er so die Kräfte mal verliert. Das ich nicht ganz verstehe. Das war, es wurde erklärt mit, dass die Unsicherheit von Peter Parker sich auf seine Spinnenkräfte ausgewirkt hat. Bullshit. Sorry, aber ganz ehrlich, wenn du eine Mutation hast, dann ist das kein Gefühlsring. So, das ändert sich nicht, wenn du... Steht er mit Gesicht in unsere Richtung und mit dem Rücken? Ja, er steht da. Er hat auch noch mit dem Schwert angreifend. Sind wir ausgewicht und uns gehen jetzt Gesicht zu ihm? Ja. Gut, dann kriegt er den Grape Shot ins Gesicht. Den was? Es heißt Grape Shot. Grape Shot? Das ist im Prinzip so... Zeig die Scheiß-Karte, Junge! Ich hab kein Bild davon. Achso. Ähm, du spielst keine Karten, die du nicht hast, ja? Du spielst keine Karten, die du nicht hast. Keine Proxys, meinst du? Nein, er spielt keine Karten, die er hier jetzt nicht hat, ja? Achso, ja, das sowieso nicht, ne? Ja. Geht ja gar nicht. Hast du ja nicht. Dann ist es J.S. groß, stattdessen. Ja. Ich kann mir jetzt auch einfach mal ein S-Pull aus O-Armageddon, ja? Ich hab die Karte auf WhatsApp geschickt. Na und? Reinig, du Nova? Alles kaputt. Das ist so richtig... Na und? Da macht sie mehr Damage, wie draufsteht. Nein. Verarsch mich nicht. Hä? Was ist denn los mit dir? Grape Shot macht 1 Damage. Chai Ascoos macht 3 Damage. Hä? Hä? Was war denn das für eine Aussage? Wieso macht die da mehr Damage im WhatsApp? Der hat nur wegen dem Bild halt die Sachen dazu geordnet, weil er keine Bilder hatte, Scheiße. Ich hab ihm dazu geschrieben, was sie sammeln können. Ach so, das hast du gemeint. Er meint, dieser Tettel ist da drin. Ich dachte eher, der hätte die Katte nicht mal da. Ja, genau, genau. Das war Missverständnis jetzt. Das ist so eine kleine Traube mit Stackeln. Ach, Grape. Wow. Grape Shot. Grape Shot. Das ist sehr bekannt. Die ist heute an der Rüstung ab. Die würde wenn ein Stecken blöden. Nein. Die prallt ab. Das ist immer noch eine Samurai-Rüstung, ne? Ach komm, so eine kleine Kugel mit Stackeln, das ist quasi ein Coronavirus. Das passiert nicht, ja. Natürlich nicht. Das wäre ein bisschen komisch. Aber wenn irgendwer im Bild... Du bist dran. Nein. Du warst fertig. Die Runde ist verbeut. Dann bin ich dran, ne? Du bist dran. Ja. Boah, das ist die Wandsamurai-Karte. Ja, ich bin basically gelöscht, das ist richtig. Jetzt ist die Frage. Wie beende ich das jetzt? Nein. Die Rüstung von ihm ist rot, ne? Ja. Was ist alles davon? Alles. Die komplette? Ja. Ah, okay, deswegen haben wir es wieder gemacht. Okay. Gut, scheiße, gar nicht, machen wir es anders. Äh, dieses Eis kam ja von der Familie, das habe ich ja festgestellt, ne? Ja. Und der war noch nicht dran, das heißt, er kann sich nicht davon wegbewegt haben. Er kann immer ein paar Schritte weggehen. Ja, gut, aber das ist mir scheißegal, Feuerwelle auf Breitefläche in die Richtung. Da steht kein anderer von uns. Okay, sehen wir gefühlen. Sehen wir jetzt die anderen drücken, weil... Nein, der ist immer noch unsichtbar, aber die Position habe ich. Ja. Okay, eins, zwei, drei, vier, ich habe neuner Folge. Also ich bin immer noch bei neun. Stimmt, okay, wenn wir es in Sommerrat klappen, mach damit wir die anderen sehen. Das wäre meine Theorie. Reicht mir, wenn ich ihm die Unsichtbarkeit ausmocke. Oder wenn er im Flammen steht dadurch. Dann sieht man ja auch. Ja. Du siehst halt, wie er abgewehrt hat, ja? Mit seinem Arm. Gut. Und es nicht brennt, ja? Gut, okay. Das russige Feuer, da ist auf jeden Fall jetzt ein schwarzer Fleck. Du hast Wasser getroffen, ne? Oh, okay, dickhead, okay. Ich sage, hier ist jemand mit Wasserkräften im Raum. Ja, moin, ich schieße Blitze. Das ist Licht, ja. Ach, schade. Und dein Alter, du konntest Blitze schießen. Wieso spielst du den anderen? Auch mit seinem Repertoire. Ja, dann hol mal aus. Wenn er sie zieht. Ja, das ist genau die Karte, die du brauchst jetzt, go up. Ich bin dran. Was mach ich? Ich bin aber erst nach dem Typ drauf. Im besten Fall nicht. Das ist so, wie man es nicht macht. Sorry, wenn du mich als Spieler nicht weißt, dann kommt er zu ne Fiesche. Du kannst auch versuchen, das Wett aus deiner Hand zu reißen, wenn das einfacher sein sollte. Ne, noch mal, eben die Waffe. Obwohl da gerade Black Skull steht. Aber ich hab eins, zwei, drei, eins. Ist da aber nicht die Waffe, das ist die Offhand. Ich hab sechs. Schön und necreme. Okay, nice. Den hab ich erst gar nicht kapiert. Ich hab den selben überhaupt nicht. Ich hab sechs Erfolge. Schaff ich's die Rüstung wegzukriegen? Psychokinese. Den Helm. Nein. Irgendwas. Merkt ihr den Widerstand so, dass der verschweißt wäre? Wie meinst du? Naja, ist der, wenn das ein normaler Helm ist, müsst ihr den irgendwie abkriegen können. Ist der verschweißt oder irgendwie versiegelt oder so, da dran an der anderen Rüstung? Okay, alles klar. Ich hab grad ne ganze Zeit erzählt. Er will halt nicht, dass irgendwo hauen. Ist Feuerresistenz in, äh, Wettet ihr das selbe wie vorher in Neunität? Wenn die Resistenz hoch genug ist? Weil ihm ist das sowieso anders, ja? Achso. Weil wenn das nicht so will, dann hätte ich gesagt, verpisst euch von hier, ich grill ihn in deiner scheiß Rüstung. Ist mir scheißegal, ob ich die Konsequenzen von Black Skull dafür krieg. Dass du stirbst. Ja. Ist dann halt so. Wir sterben uns hier auch. Ich mein, diese Leute, die werden sich nicht mit uns halten wollen, nachdem die Ferdigste gewonnen haben. Mal sehen, dann ist Fritz dran, ne? Das ist halt die Sache. Das ist ja kein Kindergartenspaziergang, sowas, ne? Das ist ne erste Situation. Das ist nicht die Schule. Ja. Ihr hättet jetzt natürlich auch nicht die Situation übernehmen, ne? Aber wir sind Helden. Aber ich hab ne Idee. Aber die wird lange dauern, die müssen wir noch lange durchhalten dadurch. Ich kann für dich dauern. Also, Fritz macht es. Das ist nicht das Wichtige, wir müssen für uns dauern. Fritz ist sichtbar. Zeitschimpel, der Fakt. Und wie sieht, dass der eine Exosuit anhat? Was? Ein Exosuit. Ah, ja. Vielleicht erinnerst du dich jetzt an den allerersten Titel. Ja, jetzt erinnere ich mich an den Titel, ja. Und der sieht genauso aus wie der. Ja, und der ist natürlich durch den Zeit-Tüten damals entkommen mit. Nein. Nicht? Der war nicht bei Umbrella, der war bei der Bank dabei. Ja, 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 stimmt, genau. Davor noch. Ich wollte einfach mal da einen random Gegner rein. Der sieht aber genauso aus wie der von damals. Aber der ist nicht Feuerfest. Das ist aber nicht derselbe, ja. Ist mir das nicht egal? Der hat anscheinend Wasser-Eis-Kräfte. Ja, aber sein Gestell nicht. Er kann es nicht trotzdem ablocken, wenn er gut ist. Er kann es ablocken, ja. Aber ich erhitze das Ding einmal ganz kurz auf, was weiß ich, 2000 Grad. Er löscht es wieder runter, ja. Und dann geht das Ding kaputt. Denn so funktioniert das mit Wechselwirkung von Hitze und Eis. Beziehungsweise Kälte. Wie, dir einfach die Lore dahinter egal ist, aber okay. Wie, die Lore hinter dem Typen? Ja. Ja, der greift mich an. Er kann mir seine Besitzel erzählen, wenn er möchte. Ich glaube, da war es viel krasseres impliziert, aber okay. Wie, ey? Ist das das einzige Exoskelett, ist das so ein laufendes Ding? Oder ist das... Ja. Rhino würde mir noch einfallen? Ich habe was anderes gemeint. Ich verstehe nicht, was du meint, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch schon müde langsam. Ich weiß nicht, ob ich auf dem Schlauch sitze gerade. Er greift ihn an, ne? Mit dem Rhino-Stampeten-Angriff. Also Rhino, hm. Den kenne ich noch allzu gut vom Spider-Man-Spiel. Ja. Beziehungsweise Punkt. Ja, der trifft dich, wenn du nicht ausweifst. Na, dann mach ich das mal. Ja, dann wäre es wohl besser, ne? In der Deutsch. Na, besser ist es, ne? Ja. Oh. Duuut. Das ist aber auch kein Glück, Alter. Warum würfelst du auch immer auf Papier, ne? Aber er kriegt immer fucking fifty-fifty. Das muss man auch sagen, ne? Ja, aber das rette die ihm halt nicht. Ja, ja, genau. Das hilft ihm halt nicht. Gut, wie viel Stress kriege ich? Uff, ja. Du bekommst jetzt acht körperlichen Schaden. Au, Alter. Der hat dich halt voll gekrochen, ne? Versuchst du deinem festzuhalten, damit er dich nicht irgendwo überrennt. Das ist nicht in der Nähe, wo er... Nein, an ihm festhalten. Und wenn er ihn rammt, einfach... Ja, gut, aber... Dann die Wand. Fuck, der schleudert mich frei. Wenn er... Es ist keine Wand mehr da. Er hat gesagt, es ist freie Fläche, weil alles hochgeflogen ist. Das ist Sturmangriff. Boom, so wie Fabrice gesagt hat. Der ganze nicht festhalten. Natürlich, nee, äh... Vor allem bin ich eigentlich aufschlägt. Auf jeden Fall, aber er kann in dem Moment, wo er aufschlägt, kann er sich an diesem Bügel festhalten. Von dem Stutt. Er bleibt stehen und er... Ah, okay. Na gut, dann geht's nicht. Das ist nicht der dumme Rhino, der einfach hinterher weiter rennt. Das ist Detective Rhino. Wer ist jetzt dran? Du bist dran, ne? Der Colossal. Ach, der ist dran, okay. Der ist ja noch im Stall mit, äh, Black Mask, oder? Äh, Black, äh... Er ist gleich dran, Skull. Okay. Aber ich bin gespannt, was von Gott die Schicksals zählt, äh. Da bin ich immer gespannt. Ja, klar, das ist immer interessant. Ja. Ich bin auch immer gespannt, wie es aussieht. Ja, dann sieht es anders aus. Das ist anders gewesen, oder? Das geht bei jedem anders. Naja. Bei mir waren's kleine Flammen überall. Macht den. Gott und die Flammen. Ah, okay. Passt auch. Äh... Das hat, glaube ich, nur mechanisches Kunst gehabt und ein Teilchensteine Gatter gehabt, ja? Er macht sich lila und haut ab in Schattenform, ja. Wer? Der Samoral. Der Samoral. Aus dem Griff von Black Skull. Ja. Er macht BAM mit einem gelben Schwert, was, ähm... Wer jetzt? Ich beschreib' grad die Flucht, aber der Mensch leg wohl neben grad rein. Mit'n gelben Schwert. Ja, okay. Ich weiß nicht, dass die Farbe sich gewöhnt hat. Was Black Skull übelst weh tut. Ach, das hat die Farbe wirklich, okay. Ja, weil... Gelb, heilig. Ja. Klar, natürlich. Ja, gut erkannt, ja. So, du siehst richtig, wie sogar bei ihm gelbe Kratzer über seinen schwarzen Schädel gehen, so. So. Kann ich was machen? Was willst du noch? Den Typen wegbrinnen. Ja, der ist in Schattenform weg. Der ist f*** weg. Dann kannst du ihn auch nicht weiter haben. Nein. Okay, ja gut, dann kann ich nix machen. Du kannst heilen, heilen. Offensichtlich hinteilen was bei ihm. Ach stimmt, ich weiß gar nicht, Alter. Das ist ne gute Frage, tatsächlich. Ich vermute mal, er ist untot und heilt ihn. Irgendwie sowas, aber kann man auch nicht wissen. Der könnte auch einfach nur magisches Wesen sein, was Schaden tut. Ich würde ihn halt erstmal vorher fragen. Das stimmt, ja. Außerdem bist du Klöriger. Ich glaub nicht, dass du an Gott oder so glaubst. Ich glaub nicht, ich hab gesagt, ich bin Atheist. Der weiter. Also ist dein Heilen nicht heilig. Ja. Stimmt auch nicht. Das stimmt. Gut, wer ist noch da? Fritz und Schön. Der Eismann und der Endloskelet-Mann, ne? Ja, das selbe. Dr. Freeze und der Time-Typ sind noch da, ne? Genau, okay. Die Ice Age ist hier, ne? Ja? Der Ice Age ist hier. Ice Age, ja. Oh Mann, das war ein unbewusster Wortwitz. Ice und Age, ne? Ein Eistyp und ein Zeittyp. Ah, ja, klar, natürlich, mach den. Warum tue ich so etwas in mir, was trocken, ne? Was ist denn der Bein, oder? Nur fein im Tempo. Du wirst ein Mikro droppen. Dann bin ich dran, oder? Ist nicht Fabi? Der war doch gerade schon dran, ne? Was? Du bist eigentlich auch noch dran. Ne, ich hab... Du hast Kasi, ja. Das aber trotzdem. Stimmt, ja, genau. Er hat ja nur abgekriegt. Er hat ja nicht ausgezahlt. Genau. Wie weit bin ich da weggeflogen? Äh, so 10 Meter geflogen. Wie groß ist das Haus? Ich stehe eigentlich nicht mehr im Gebäude, oder? Nein. Beziehungsweise innerhalb der nicht mehr vorhandenen Grundmauern. Ja. Du bist wahrscheinlich am nächsten Beute abgeklatscht. Okay. Achso, nur so, die zwei Engels sind auch nicht mehr da. Die sind weg. Oh, okay. Niemand hat gesehen, wo... Wo sind die? Die sind auch... Ach, so wie die andere, okay. Ja. Also ich rappel mich auf und ich sehe keinen einzigen Feind. Doch, ich sehe Rhino, oder? Das hieß... Fritz. Ja, also, wie meint ich? Oh, die sind Eistypen. Das ist das Brütze. Ach, sind die andere. Hä? Nein, wir sehen nur Fritz. Wir haben Fritz und Timestop. Den Zeiltypen sehen wir nicht. Stimmt. Das ist zauberer Zeug. Chin, du Lappen. Chin. Genau. Chin, nicht Chin. Karasamurai sehe ich auch nicht. S-H-I-N. Ja? Ja. Ist das so schwer aus? Chin. Ich weiß, du kommst jetzt gleich mit einem bestimmten Land, aber ja. China, ja. Ja. Sithen. Sehr gut. Ja, absolut. Sehr schön setske, und fand ich super, Alter. Schina setzere Ironie. Ja, inzwischen spreche ich's ja richtig. Sehr gut, ja, ich hab's gehört. Gut, um. Ey, ich bin noch dabei. Na ichИ kannst du mal weg. Ja. Ich versuche wieder den Lichtschwerger gegen Rhino zu werfen. Oh Gott, diesmal mache ich es nicht auf Papier, also. Nur schade. õch, es ist. Ich bin weiss! Ja, ein Misserfolg, also ich hab... Minus. Es läuft einfach nicht. Der liegt gegen mich, der läuft nicht. Haha! Ich hab wirklich die perfekte Karte gezogen. In a way echt? Schock! Es ist Elektrizität! Oh, Scheiße! Kannst du es! Sind zwar nur zwei Damage, aber... Verdoppelt sich das nicht? Doch. Doch, sollte es. Wenn es gegen mich auch super effektiv ist. Ja. Also, vier Damage. Im Prinzip, wie deine Zwecke sagt, plus zwei. Der blitzt doch jetzt, oder? Also... Das mach ganz kurz. Ah, okay. Das ist nur so ein... Das ist ein Moment. Und Moment geht 0,27 Sekunden. Aber wenn der blitzen würde, dann könnten wir ihn jetzt angreifen. Ja. Also, ich mach einfach trotzdem wieder Flächenangriff. Ähm... Wer steht da irgendwo? In der Hoffnung, noch jemanden zu treffen. Oder das. Vielleicht trifft er den Zeittypen und hauts ihn um. Das wär' super. Oh! Wer sitzt dran? Das ist... Na, Fabi ist die Runde vorbei. Gut, dann bin ich wieder dran. Dann... Ähm... The Floor is Lava. Ja, aber eine freie Aktion mach ich kurz ist... Mission erfüllt, hört hier. Ja. Also nicht für euch. Das hört ja aus... Das hört ja aus dem Exel 0. Okay. The Floor is Lava. What? Moment. In diesem Raum. Wir sind... in dem Raum. Ihr seid auch... Die sind ja nicht in dem Raum wie ich, oder? Doch! Schluck Runde! Also... In Zylinderposition, wo ich grad gefeuert hab, ist der Floor Lava. Ja. Hey. Eins, zwei, drei, vier, fünf Erfolge. Eins, zwei, drei, vier Misserfolge. Elf. Moment. Magma kannst du nicht machen. Ne, aber ich kann den Boden so weiter erhitzen, dass es Magma wird. The Floor aus Lava. Ja, aber Magma und Lava kannst du nicht selbst... Ja, ich kann das auch nicht kontrollieren. Ja. Ich kann das nur so weiter erhitzen, dass es dazu wird. Ja. Ja. Dann wollen wir nochmal kurz machen. Das kannst du nicht. Das kannst du niemals lernen. Der sollte jetzt eigentlich da runter schmelzen. Wenn er da wäre. Ich bin geneigt dazu, The Floor aus Lava everywhere zu machen. Aber... Das würdet ihr nicht überstehen und ich... Hab da Probleme, hier wegzukommen. Weil ihr dann einfangen willst. Ne, ich wäre noch auf einer Fläche, die nicht Lava wäre. Ja, aber das Problem ist, ich komm da ja nicht mehr weg. Weil das ja alles Lava ist. Was ist mit Lava? Plexgall ist halt ein bisschen... Alles Lagen. Perplex. Ja, dass er überhaupt mal... Verschletzt. ...so was abbekommen hat. Ihm ist auch irgendwie klar, das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Du, nimmst du deine Restriction zurück? Nicht zu töten, ne. Ach, come on! Es könnte auch was auch zu tun. Okay, ich mach nicht, ich seh nicht. Er wartet einfach eine Runde und der Riss schließt sich, ja. Und das sind böse. Ich seh niemand, ne. Was löschens? Er lässt sich... Ach, das ist... ...der Heilfack versetzt. Und er kann... Muss aber stillstehen, das... Ist ja in Ordnung. Ich seh... Doch, ich seh Reno. Ich seh den Typen. Ihr seht Fritz, meine Fresse. Ich seh jetzt Reno, ist mir egal. Mr. Freeze Reno, wenn du genau sein... Okay. Er wird sich nicht angegriffen fühlen. Und wenn doch, interessiert es uns nicht. Was kann ich gegen den machen? Den Rhino? Dem könntest du verbiegen. Auf den Boden schmeißen. Oder ihn umschmeißen. Da kann er theoretisch nicht mehr aufstehen. Kommt aber irgendwie schwer, dass sein Oberkörper ist. Ja. Und ich geh davon aus, dass da sein Raffen hin. Gutes Schubsen. Okay, ich schmeiß wieder. Kannst natürlich auch... Moment, ist das... Hat der hydraulische Schläuche? Ja. Ist alles eingepackt? Okay. Ja. Weil dann hättest du einfach die hydraulische Schläuche rausgegissen und der hätte da gestanden wie ein dummer Idiot. Ich kann mich nicht mehr bewegen. 3, 2, 1, 4... Oh, das war nur Bonus. 3, plus 5, 8. 8 ist ungestoßen. Okay, da hat er jetzt nur noch die halbe Stärke. Dann zünde ich ihn an. Mach ich. Mach da einfach Muskeln und dann kommt der Halt. Ist er umgestoßen? Das wäre problematisch. Er ist umgestoßen. Ich habe 8er Folge. Oh. Wäre es gar nicht so sehr. Ich muss den Halt nur berühren und sagen, beruhig dich. Das funktioniert. Ja. Das funktioniert auch in Comics und in Filmen. Dings kann das machen. Äh, Mattis zum Beispiel. Beruhig dich. Ja. Oder Schlaf. Ja, der war schön Tim, ja. Yes. Sehr gut. Das ist mehr oder weniger ein Komboangriff. Wo ist denn der hingefallen? Einfach... Das stimmt er nicht. Die stehen hinter... Der steht hinter deinem Teamkamera. Hast du ihn also nicht weit geworfen. Ich hab gestoßen. Alles gut. Das war schwer. Ähm, was du jetzt auch hörst, DNA wurde erfolgreich verschickt. Oh boy. DNA... Na ja, DNA-Datei wurde erfolgreich geschickt. Na toll. Wer macht hier noch Uploads? Der Exo-Suite. Ja. Von da hören wir's. Ja. Ah. Ah. Sind wir noch in der INI? Ja? Es war ne Freuaktion. Reden ist Freuaktion. Nein, aber ich mein, sind wir noch in der INI? Ja? Also sind wir noch mitten im Kampf? Weil es wirkt irgendwie als wäre der Kampf vorbei. Liegt am Boden, ne? Ja. Gut. Dann geh hin und äh... Und wie? Um dich herum ist Lava. Nein. Nur vor mir ist Lava. Und dann nektiert euch. Ich hab Zylinderförmig nach vorne gesagt. Weil der ganze... Weil sonst alle von den allen äh... Aufwecklich wollen zu werden. Okay. Du meinst Korn? Ich drehe mich um. Und ich verschmelze die Joints, so dass er das Ding mich mehr bewegen kann. Okay. Das ist tot. Das ist tot. Der hat auf Sionid gebrissen, ja. Scheiße! War also doch ein Nazi. Mit Sionid-Kaps dem Zahn. Ne, das verwenden sie auch in 24. Ja, ich weiß. Aber ich kann mir das einbilden. Sowas. Ja gut, ich hab den nicht getötet. Ja gut. Ich, ich... Ne, wenn ich den Schaum vom Mund sehe, geh ich... Ich war das nicht. Ich war das nicht. Ich geh davon weg. Ich sag, Dude, du hast gesehen. Ich war das nicht. Warte mal. Hat der auf die Tyranid-Kapsel gebissen, weil die ihn umgeschwurfen hat? Außer See? Das wär ja voll witzig. Hat eigentlich noch große Pläne gehabt heute? Nein. Dem war bewusst, der konnte nicht mehr gewinnen. Ja, natürlich nicht. Und der Zeitmagier ist auch abgehauen. Oh, der ist ja. Der ist kein Magier. Der Zeitbeeinflusser. Ist abgehauen. Ja. Meinst du? Tja, das könnte vielleicht noch hier sein und alles resetten. Aber er kann nicht die Menschen resetten. Das habt ihr niemals gesehen, aber das kann. Ich glaube nicht, dass er das kann. Ich bin mir fast sicher, dass er das nicht kann. Also den Zustand der Menschen nicht resetten, meine ich. Also wer tot ist, ist tot und sowas. Weil sonst wäre der mächtig sehr, der existiert einfach. So, ist das? Das ist ein Regelbuch. Alles, was geschehen ist, kann nicht rückgängig gemacht werden. Aha. Ich scheiße, aber... Okay. Screw the rules, I have money. Ja, ich gebe mein feichten Scheiße, Frieden. Ja, ist voll in Ordnung, ist mir egal. Wir können ja machen was. Ja, absolut. Ich habe nur gesagt, dass es so drin steht. Wie Alice ausführt, ist noch mal was anderes. Also der Typ könnte jetzt noch hier sein. Ist aber nicht. Okay. Gut. Glaubt ihr, ne? Glauben wir. Wir haben ihn nie gesehen. Gut, alle sind der Meinung, der ist nicht mehr hier, ne? Begebt euch mal aus dem Haus raus. Ich bin schon lang draußen. Stimmt. Also aus diesem Ort hier. Ja. Und nicht in die Lava fahren. Ich scrore schon die gesamte Fläche. Wenn er noch hier ist... Schön, dann bist du jetzt die größte Sensation im Internet. Oh shit, nein, das mache ich nicht. Ja, ist richtig. Bist du schon wegen Benzlafer. Wobei... Ja, man muss aber auch... Ja, ich meine, wir waren in Lebensgefahr und wir hatten die Autorisierung. Ähm... Ja, wenn du das aber so machst, das sieht aus, als würdest du auf dem leeren Platz einfach mal... Oh, ich hab... Ausflippenmäßig, meinst du? Ja, okay, dann lass ich das weg jetzt schon richtig. Ähm... Ja, stimmt. Ich... Komm, soll er leben von mir aus. Ich sag, gutes Spiel. Und geh nach Hause. Ja, was? Ja, was? Ich find's cool, wie Schill ist immer wieder schafft abgebaut. Ja, der, ne? Hat auch die ultimative Fähigkeit dafür. So, hey, ich steh gerade in der Falle. Alles klar, ich geh mal an euch vorbei und geh mal raus, ne? Bye. So. Ihr werdet schon merken, wenn ich jetzt bin. Ja, im Prinzip Savado. Nur noch krasser. Dio, der World, ja. Ja, da bin ich noch nicht. Ich bin noch nicht ganz so weit. Ich muss jetzt in der letzten Zeit ein bisschen Pause machen damit. Im Sinne von, ich kann nicht weiter. Da kannst du hin, du kannst die Zeit anhalten. Okay. Ja, das hast du schon mal erzählt, ne? Ist aber nicht die Fähigkeit von Shin, ne? Das ist trotzdem genug. Da hätte man auch sagen können, der Typ aufs Code gießt, der Bruder, der vor allem Lelouch, der kann das auch... Der kann nicht die Zeit anhalten. Das versteht ja absolut falsch. Der kann nicht Zeit anhalten. Kann der mal... Ja, der resettet die Zeit zu einem bestimmten Punkt. Ja, ja. Verlangsamt. Ja. Was er nicht so gut kann, ne? Oder er verlangsamt die, aber... Ne? Du sagst... Also sonst ist es quasi wie Zeit zurückdringen. Komm. Ja, aber er kann die... Oh, er kann die Geschwindigkeit der Zeit beeinflussen einfach. Er kann, aber... Er hat einfach zurückgemacht, du. Da haben wir noch draußen gebaut. Was basically eine der hart zu killsten Fähigkeiten überhaupt ist. Ja, das hört... Ich sage nur Adam Kadamon. Ich habe dir davon erzählt. Der Kampf gegen den Herr der Zeit. Der ging zwölf Stunden Realtime und ich habe alles gegen ihn gefeuert, was ging. Kann ich eigentlich in Marvel... In dem Marvel Pen-Paper so eine Art Dr. Doom werden? Ja, absolut. Euch ist da alles frage... Ihr seid halt am Anfang normale Soldaten. God, King, Doom auch, ja. Wenn ihr genug collectet und lange genug spielt, ist es möglich. Der weiße Doom. Ihr könnt alles erreichen, was im Marvel-Universum möglich wäre. Punkt. Nicht One Beyond All. Das ist die... Das ist Regel 2 nach dem, was ich aufgeschrieben habe. One... One... Du kannst... Moment. Du kannst ja nicht auswählen von Anfang an. Du kannst... Wenn du One Beyond All killst, kannst du seine Kräfte nehmen und dann bist du der. Der, der und der, ja. Okay. Beyond and below. Bist du dann... The One Around All? One in all. The One Inside All kill me immediately. Gut. Ja, wir sind gescheitert. Ja. Es passiert. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Passiert. Der Black Skull... Ihr merkt, ich bin pissig. Aber nicht auf euch. So, weißt du. Ja, Black Skull sagt doch, es kann passieren. Ja. Ich hab eine Frage an Black Skull. Kann man ihn heilen mit... Nein. Ich geh grummelnd weg ohne Restriction, wäre das nicht passiert. Dann wär hier niemand lebend rausgekommen. Von der Restriction wärst du auch tot, sagt er. Ja, ja. Nein, das ist ja seine Restriction. Ja, es ist. Die Restriction ist, wenn ich das mache, sterbe ich, so. Das ist ehrenhaft ein Kodex zu haben. Das ist meine Restriction, ja. Ach so, das ist dein Kodex, deswegen. Ja. Ah, okay. Und den lebt er schon seit... Hey, das ist voll okay, wenn das ein Kodex ist, ist das ein Kodex. Ja, ich sag dir meistens, und den lebt er auch schon seit 8000 Jahren aus, ja. Oh boy, okay. Also, das ist Tradition. Er bringt Mörderung, sowieso. Was? Nein, nicht zu töten. Nein, es tötet nicht, hat er doch gerade gesagt. Das eins ist... Die einzige Aktion, die er benutzt, um jemanden zu bestrafen, ist der Sündenblick. Aber der schützt dann auch, oder? Und dann wird doch seine Seele auch verbrannt, oder? Nein, nein, der funktioniert nicht ganz so. Ach so, okay. Die Seele wird gereinigt und in Sehensholz geschützt, ja. Ach so, ich dachte einfach nur gereinigt, das wär auch nicht schlecht gewesen. Ich muss mir das noch nicht überlegen. Ich meine, ich hab hier gefühlt 500 Karate. Klar, du hast doch die Möglichkeiten für alles, im Endeffekt, ja. Ja, das wird ja gehasst wahrscheinlich. So. Ich geh nach Hause und ziehne meinen Kamin an, weil ich heute nichts anderes anfühlen durfte. Ah ja. Du hast ja alles. Ja, du hast ja alles. Ja, du hast ja alles. Ich weiß, ich weiß. Okay, dann passiert etwas, während ihr zu Hause seid, ja. Okay. Wer möchte zuerst, ja... Ich bin das erste zu Hause, aber sie kann zuerst sein. Mit was würfel ich worauf? Du würfelst ein B20. Oh, wo ist der? Nein. Ähm, hier ist irgendwo... Ne, das ist... Oder? Doch, das ist auch... Auch ein B20. Ach so, dann würdest du meinen B20, oder? Nein, ich hab hier... Den rot-schwarzen? Den hat ich hier zugeworfen. Den hab ich hier nicht mehr, ja. Ich hab ich ihm gegeben. Den hab ich da wieder reingetan, ja. Ähm, der sollte jetzt nicht unbedingt weg sein. Das find ich ein bisschen kacke. Der war zwar gratis, aber ich find den geil. Ich hab den aber wieder da zurückgetan, also... Ja, wenn ihn keiner eingesteckt hat, wird er sich umwinden. Keine Panik, alles gut. Ist das wirklich... Ihr braucht nicht in eure Tasche gucken. Ich denk nicht, dass er einen eingesteckt hat. So, also so... Und jetzt wenn der drauf geschissen. Es ist nur Mütte. Gib den mal her. Eins! Ja, das ist ein B20. Das ist mein Ed-Star B20, den ich besitze. Ich hab eins gewöhnt. Oh, oh. Oh nein. Eins ist viel schädig. Eigentlich würd ich jetzt sagen, die Apokalypse startet, hm? Du bist also der Bringer der Apokalypse. Und ich darf die Leute nicht anzünden. Und ich dachte, ein einziges schlimmes Event wird passieren. Willst du sie vielleicht rerouten lassen, bevor du jetzt schon eine Apokalypse startest? Eigentlich reroutet man ja nicht. Ja, aber willst du wirklich schon eine Apokalypse starten? Wenn jetzt aber noch mal eine Eins kommt, dann ist das so... Ja. Try hard. Kürzeln. Gut. Ja. Das ist eine Glückszahl. Ähm... Keine Ahnung. 2x7? Nein. 2x7? Egal. Kürzeln. Ähm... Oder gerade umgekehrt. Du bekommst einen nützlichen Gegenstand. Du bekommst eine Engelsväter. Oh, die bringt mir was. Du hast keine Ahnung, was die bringt, ja. Es ist ein nützlicher Gegenstand. Das heißt... Du bekommst keine Ikea-Anleitung mitgeschickt, wie gesagt, und so... Wahrscheinlich kannst du damit Dämonenschaden machen oder so. Oder vielleicht irgendwelche Kräfte verstärken oder so. Und so... Genau in Textcodes. Textcodes. Auch gut. Ich schreibe die jetzt auch. Geh mal wieder an die selbe Stelle. Wer möchte... Achso, ich soll es vielleicht nur beschreiben wie das auch so. Ja. Ich fällt gerade einfach nichts rein. Und wo schreibe ich die auch? Ja. Candy-Karussells und Chili der Leute. Ich bin nicht Candy-Karussells und Chili der Leute. Ich bin nicht Candy-Karussells und Chili der Leute. Ja, dann ist alles so... Ja, ich... Ich sage einfach... Wer will jetzt? Wie sah das Karussell jetzt aus? Wie ein Barbie... Hey! Hahaha! Ein rosa Plastik. Passt. Passt. Mach mal rein. Ich bin nicht Pink. Na? Achso, äh... Achso, das wäre Wurzell. Also ich bin nicht Pink. Ja. Dann... wäre ich dann... Ja. Deswegen habe ich dir aufgegeben. Einen 19. Uh. Du bekommst Weisheit. Ein niedrigster Wert außer Ressourcen wird um 1 erhöht. Uh. Das ist auch nice. Außer Ressourcen. Das wäre bei mir Discernment. Ressourcen ist halt, ähm... Ansehen, Computation... Ja. Bei mir wäre das Discernment. Äh, Discernment. Was ist das? Das ist ein Unterhaltsvermögen. Es passt ganz gut, dass ich das heute bei mir höre. Was bedeutet nicht zu töten? Das meine ich nicht. Ich meine, ich habe heute die Polizeiarbeit gemacht. Unterhaltsvermögen. Stimmt auch. Du hast mit Professor Xavier und anderen wichtigen Leuten gewählt. Unter anderem auch, ja. Wie sieht es bei mir hier aus? Aber nämlich hier sind einfach halt heilige Figuren aus der Bibel. 20 Stück. Der heilige Dionys. Wie sieht es bei mir eigentlich aus? Wieder Flammen, oder? Wieder die Flamme. Okay. Es ist aber 14. 14 zu wenig. Oh, wie langweilig. Das ist der langweiligste, wenn alle dieselbe Zahl wollen. Ich kann nichts dafür. Du kommst auch eine Engelsväter, ja. Oh, erkenne ich, dass es eine Engelsväter ist? Ja, aber du schon. Dann bist du. Ich lese die Bibel jeden Tag. Du scheinst wahrscheinlich göttliches Licht aus, oder so. Alter, ich bin doch mega glücklich, wenn ich einfach... Natürlich, Alter. Du kriegst gerade eine Abkommission hier, Chris, oder? Ich kann auch keiner abgehen. Das ist so. 20. Das ist so. Aber, laut Bibelst und bist du dann nur unrein bis zum Abend. Morgen ist wieder alles cool. Ja. Wenn der Mann sein Glied berührt in der Absicht, sich zu verwöhnen, und es zum August kommt, ist der unrein bis zum Abend. Aber das bist du auch, wenn du in die Toilette gehst. Dieses unrein bis zum Abend-Ding, dieser Satz wiederholt sich 30 Mal. Ähm, Fabrice, was... Das ist wie so ein Meme. Bisschen. Ja? Wie wäre das, wenn ich erzählen darf? Ah, Entschuldigung. Fabrice? Also bei jedem hört ihr zu, aber Fabrice kommt... Ja, ja, ist okay. Jetzt hat es vorbei. Er hat das Beste von allen. Ich mach nur Spaß. Er hat den Wenre extrem durchbruch. Das heißt, wir werden ins nächste Zeitalter gebracht einfach. Oh! Nein! Oh! Gibt es jetzt Kameradrohen? Ja, die können halt... Ja, ja, nach und nach, klar. Aber gibt es dann welche? Ja, klar. Nice! Jetzt sind wir im Prinzip in Shadowrun. Kann meine Lieblings-Informationstechnik benutzen. Es gibt... Alter, was wird mit diesem Zigarettenhäuser? Es gibt dann auch sowas wie Nanonitentechnik und sowas. Nanitentechnik? Nicht Nanonitentechnik. Ähm... Nanit ist eigentlich... Das ist eigentlich ein richtiger Begriff. Nanoniten? Ja. Naniten heißt das? Ich hab das... Oder Nanoroboter? Marvel Avengers Aliens gelesen. Achso, kann sein, dass es das da gibt natürlich. Ja, das ist möglich. Ich dachte, du spielst jetzt auf die Realität an. Ja. Ja, jetzt gibt es Nanotechnologie und alles deutlich, alles fortgeschritten. Klar, natürlich. Ja, ne. Wir würden uns theoretisch im Jahr 2222 von der Technologie befinden. Wow. Und das im 2070, Alter. Überleg mal wie wir dann im 2070 aussehen. Ja, jetzt haben wir uns Dumple Zeit, Alter, eingeholt, hä? Achso, die Zeit wird ja nicht vorgedreht. Ich wollte gerade sagen, oh, wait a second. Passiert da nicht was? Ja, da passiert die Apokalypse. Ja. Wir sind nur technologisch im Jahr 2000. Ja, Gott sei Dank. Ja, mit Dein. Ja, das sieht so aus. We love watching nur mit Dein. Ah, okay. Ich hätte doch Pyro Clock of Destiny nehmen können. Die sieht auch gut aus dafür. Ja. Die passt auch besser. Weil das halt... Da sind halt schon so mystische Zeichen drauf und sowas. Was bei dir drauf sind, sind sehr viele verschiedene Zeichen. Da ist auch irgendwo Nicol Bolas Zeichen drauf, wo du niemals hoffen willst, dass es da drauf kommt. Das ist die einzige. Ah, okay, dann kommt Bolas. Ja, gut, dann sehe ich, dass es vorbei ist. Bolas mit Nanotechnologie. Du, ich vereinige mich mit dem. Ich weiß gar nicht. Ich beschütze sie, Mann. Der macht so und du bist weg, hä? Nein, ich meine, ich schließe mich dem an. Der wäre keine Bitch, hä? Ne, ich wäre doch nicht so eine Bitch. Ich wollte einmal sagen. Dann kämpfen wir. Dann macht er einfach so, aber ich hab trotzdem gekämpft. Ich hab trotzdem eingezogen. Also einfach minus 50 Leben. Das ist schon okay, ich bin dann tot, ja, aber ich hab gekämpft. Die Apokalypse ist dann sowieso drauf geschissen, so weißt, ne? Dann bin ich wenigstens als Held gegangen. Der benutzt zwei Spells. Energie und Mord. Succeed or die Trine. Nein, einfach wie er ist das Zauberwort. Weil er eine richtige Hure ist. Er macht nur einfach Counter-Counter. Er benutzt einfach seine eigenen Fucking-Fähigkeiten. Wir sind immer genug. Ja. Der Bitch-Slapp auf du. Ey, was der alles kann. Wenn der kommt, hast du gewonnen. Ganz ehrlich, Alter. Wenn du nicht irgendwas hast, das auf Plainswalker sofort killt, hast du verloren. Ja. Das ist einfach so. Der ist zu gut einfach. Vor allem wenn die den spielen, der sagt, ich hab alle Plainswalker, die auf dem Feld fähig werden. Alle Plainswalker Abilities. Ja, 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 den mein ich, genau. Dann ist es vorbei. Und die meisten spielen. Gerade wenn du ein Deck spielst, wo du echt Plainswalker auch spielst. Weil meine Rückkehr hat der Götter an meinem Deck, Alter. Das hat ja super funktioniert. Als Bruder hast du jede Runde draußen. Ja. Nach dem spätesten und nach vier Runden eigentlich. Und das Ding? Nee, niemand darf noch mal drehen, ja. Nö, war doch auch gut. Keiner hat mich so wirklich überzeugt in der zweiten Sache, ja. Ja, du sollst entkommen. Ich mein, wir hatten halt auch nicht viele Optionen, ne. Du hast uns zwei Gegner gestanden. Also ich konnte nicht gegen ihn machen. Ja. Das hast du voll mit Ansicht gemacht. Ich weiß das auch. Aber das ist auch okay. Ich muss nicht jeden Kampf gewinnen. Das war nö. Der Eistyp, der Typ der Immun gegen Feuer ist und der Zeittyp, das waren alle perfekt gegen mich. Ja, das waren zufällig, ja. Ich hab mich zufällig ausgesst. Ohhhh, was für ein Pech ich hab, Alter. Ich hab einfach durchgeblättert. Ich nehm die. Der kann aber auch gut. Ja, natürlich dann. Weil ich hab jeden Ruck, nein. Ich hab mir einfach so, ich nehm den, den und den. Ich hab gar nicht so richtig drauf geachtet. Krass, Alter. Was für ein Zufall. Dass die alle perfekt gegen mich waren, einfach. Weißt du, das war auch ein Zufall. Ja. Ich wollte mir bringen. Was? Hab ich ja nur geliehen. Ach schießt du, das ist ja meine. Ja boi. Wieso gibt der mir jetzt die Karte? So toll finde ich die jetzt nicht. Hättest du mir aufgefallen, hättest du mir mitgefallen. Nee, wenn du willst, kannst du dich auch haben. Ich hätte eh nicht spielen. Ja gut, dann gibst du mir. Ich schenke ein Gaul. Du hörst mit. Bitte danke. Ja. Ja, ich hab leise Danke gesagt. Ich hab's gehört. Ja, dann ist jetzt Wochenende. Wuhu. Freitzeit gleich. Okay, saufen. Beides. Freitatswahn und Sofmata. Wuchen Goos. Also ich hab Bier in Europa aber getrunken. Ja, das geht. Ja, ich hab Bier getrunken da. Ich war nicht voll, aber es war cool. Und da drinnen kannst du halt auch kein Bier kaufen, weil das kostet 13 Euro pro Becher, Alter. Das ist halt eine Unverschämtheit, Alter. Wir kriech'n fast draußen. Der Glühwein geht halt noch. Ja, Glühwein geht gut runter, das weiß ich. Ich war auf dem Moosbacher Dings, hab ich auch hier 5 Stück getrunken, dann war ich auch gut voll. Gut, ähm. Wer dann? Achso, ja, ich weiß warum ihr das sagt. Wir brauchen doch einen Namen für unsere Gruppe. Ja. Wenn ihr weiterhin das Recht haben wollt, mich zurückzuhalten, sollten wir uns als Gruppe zusammentun. Weil sonst verbrennt ihr euch irgendwann die Finger. Rettung. So, hat jemand einen Vorschlag? Wir sind so eine bunt gewürfelte Gruppe, das ist ein bisschen schwierig tatsächlich. Team Titan. Warte mal, wir haben Magier, wir haben Psychokinet, Telekinet. Fotokinet. 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 Du hast mit Licht, ne? Ja. Genau. Und ich bin Feuer, wie wär's mit Ultima? Was ja nicht Extremes? Das ist auch nicht schlecht. Aber das klingt wie eine Verbrecherorganisation. Das ist aber was von Tony Stark gewesen. Ja, plus da gibt's bestimmt ein Copyright. Ja. Ihr müsst euch auch eine Mühle. Ultima find ich gut. Weil das die Vereinigung der stärksten Kräfte ist zu einer gewaltigen Kraft im Endeffekt. Ah, der verschiedensten Kräfte zu einer gewaltigen Kraft. Wenn wir uns alle zusammen tun, können wir bestimmt viel bewegen. Dann wählt das Ultima-Team. Und das nächste kommt Ultron. Ey, ganz ehrlich, ja soll er kommen. Der erste ist nicht Feuerfest. Er sagt, das ist der erste. Wenn der zum ersten Mal auftaucht. Er sagt nicht, dass er schon längst ist. Wenn du sagst, das kommt Ultron von woanders, wo er sich schon Vibranium und so geholt hat. Dann haben wir ein Problem. Das überleben wir alle nicht. Ultron hat im Original die Avengers getötet. Alle davon. Bis auf Hulk. Age of Ultron ist der ja krass. Der ist super dark, Alter. Und es geht auch voll lange. Das sind ja irgendwie 16 Ausgaben oder so. Richtig dicke auch. Dann kommt noch All Might und geht plus Ultron. Ja genau, plus Ultron. Das bringt auch nichts. Das fand ich, ich fand das so geil. Hab ich letztens ein Video gesehen, wo jemand so einen Kick auf seinen Computertisch macht. Und einfach mit einem Kick alles einreißt. Und richtig viel Equipment. So ein YouTuber war das so. Also mit Mikro und allem drum und dran sowas. Und ich sag einfach nur, da fehlt das Prost Ultra. So. Prost Ultra. Also Team. Was? Team was heißen wir? Team Ultima. Also Ultima. Wie die Ultima Weapon oder? Wie die Ultima der Zauber. Die Ultima. Es gibt doch auch die Ultima Weapon. In Final Fantasy. Guckt euch mal Final Fantasy die 10 Ultima Spelle an auf Youtube kurz. Kenn ich doch. Ja. Jeder der das kennt, weiß wie Ultima aussieht und wie vernichtend Ultima auch ist. Ultima ist der stärkste Zauber in Final Fantasy. Immer gewesen. Na nimmt sich nicht. Über tot noch. Easy über tot. Weil tot eine 5% Wahrscheinlichkeit hat zu treffen. Mord hat 100% die Wahrscheinlichkeit zu treffen. Ja. Das ist halt nur ein Cast. Wenn du triffst. Pfff. Untot. So was. Ich kenn das ganze Spiel auswendig. Und dieser kleine lachende Tod mit seinen 3 Sensen als Finger. Der dann die Seele in der Hand hat und dann. Pfff. Ist super cool eigentlich. Oh. Nice. Ich schraub das mal etwas krass zurück. Meine erste Indizion war so 50 aber. 50? Auch 50 wäre ein bisschen krass gewesen. Bei 50 hätte ich auch gefragt. Ob du vielleicht nicht nochmal drüber nachdenken willst. Was? Ich schalte manchmal drüber ein. Dann habe ich es auf einer Seite. Das ist jetzt der 12. Weil ich noch 2 habe. Ich habe keine 4%. Ich habe nicht mehr stehen. Ähm. Achter oben. Ach ich hatte sogar noch 5. Also ich hatte noch 3 übrig tatsächlich. Das heißt ich habe jetzt 13. Ja. Das war keine Frage. Aber danke für die Bestätigung. Ähm. Radigumi? Okay. So. Fählpunkte 15 mal. Ich würde 10 ausgeben um meine überlebende Flamme eine Stufe zu steigern. Haben wir ja gedacht 10 pro Stufe. Ja. Gut. Dann bin ich wieder auf 5. Eigentlich gar nicht die Regeln brauchen mich die dir. So. Dann brauche ich einen Bleistift. Ich kann nur große Kontrolle nochmal holen und die anderen nicht. Winkt mit dem Zaun bald. Ganz wie auch eigene Stanz sagen. Ich gebe immer einen Bleistift. Ja. So. So. Da unten. Und Stufe 4. Ja. 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 Wir sind noch nicht weg bevor ich die neue Zahl geschrieben habe. Hm. Genau. Oh. Sorry Mann. Du warst fertig zu sehen. Nein. Ich habe nur radiert. Du bin gerade in Wäsche und du. Sorry. Ich habe aber auch ein gutes Timing wenn du. Ja. Ja. Für irgendwann so in 2 Tagen finde ich so in meinem Pulli einfach so dein Würfel. Ja. 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 Wusstest du dass wenn du bei Final Fantasy 7 genau eine bestimmte Schadensanzahl hast. Selber. Ich weiß nicht genau wie es ist. Dass du mit jedem Schlag egal in welchem Level du bist 7777 Schaden machst. Und dass mit jedem Schlag solange du nicht von genau dieser Zahl runter gehst. Das kommt. Ja. Lucky Number eben. Ja. Es ist im Endeffekt so aber ich weiß nicht mehr genau welche Zahl du an HP haben musst damit das so ist. 77? Ne. Es könnte eine mehrfache von 7 sein aber ich glaube nicht dass das so war. Ja. Ich glaube zusammen muss dein Team ein irgendwie. Ich weiß es nicht. Ne. Ich kann es nicht mehr erklären. Ich glaube nur Bullshit wenn ich rede. Also nicht wenn ich rede sondern will ich das jetzt erklären. Es kommt mir aber irgendwie dumm vor das irgendwie immer aufrecht zu halten weil irgendwann der Schaden nicht mehr lohnt glaube ich. Doch weil du nicht über 9999 rüber gehst in dem Spiel. Und dann lohnt sich halt. Also es lohnt sich bis zu dem Punkt wo du mehr als diesen Schaden machst halt. Und das ist halt basically das ganze Game. So als wenn du nicht Powergames bei dem Schlag. Ja ja. Aber ich hab den Kampf gegen Sephiroth gesehen. Da brauchst du das nicht. Da brauchst du mehr Schaden. Ja. Da brauchst du mehr Leben. Du darfst nicht so tief sein. Du musst relativ tief sein für diese Aktion. Ja. Der Kampf gegen Sephiroth habe ich ja Eindruck daraus. Der macht einfach nur so und dann kommt der Metroid. In dem neuen jetzt oder? Ja. Ah ok das hab ich nur nicht gesehen. Pfff. Der macht schon. Hä? Dann macht dieses Timeline gar keinen Sinn. Ich bin so gespannt wenn ich mir dieses Spiel am ersten hole. Das war der. Das. Ich hole mir das auch. Ich halte auch voll dass das so Let's Plane eigentlich. Ja. Auf jeden Fall lass das machen Alter. Das ist zwar egal dass jeder das macht. Darauf geschissen wir machen es besser. Das war's. Ja ist zwar so. Einfach machen wir auch nur noch. Ja. Maximal Effort. Bleib gut. Auch wenn es grad voll Mainstream ist aber schon viel Shit. Gerade weil es Mainstream ist kriegen wir dann auch Klicks. Ja wenn wir auf die Texte machen. Das ist es. Mainstream auf YouTube ist nicht schlecht. Ja. Wenn wir im Algorithmus landen sind wir safe Alter. Ja. Aber und YouTube komm nicht wirklich. Oder überleg mal in die Trends. Ja. Vic macht über 20.000 Euro pro Monat. Das hat er selber gesagt. Nicht mit YouTube sondern mit seinen Nebenverdiensten. Ja mit seinem Merch. Mit seinem YouTube Kanal und mit Twitch. Ja aber ich hab auch einen Patreon aufgemacht. Ja Patreon könnte man dazu machen. Macht das wegen eigentlich ne ne. Ne. Also das hab ich noch nie gehört von ihm. Der macht das über Merch ja. Ja. Das find ich auch besser so ne. Ganz ehrlich. Warum soll ich jemandem einfach sowas geben. Dann will ich auch was dafür haben Alter. Also wenn ich dem Geld geb den ich gar nicht kenn dann will ich halt. Es gibt bei Patreon natürlich. Super viele von diesen Leuten. Ich hab's grad rausgefunden. Von was denn. Ja. Großen Spender. Wie du 777 Schaden hast. Wenn du genau so viel Leben hast. Irgendeinen Charakter hast. Achso okay ist das dann so. Okay. Und du machst dann 64 Schläge mit dem. Wow. Das ist nur mit der besten Combo die du machst. Das ist nur wenn du Ritter der Runde Multiplikator unterkoppelst. Nein. Der Charakter macht dann 64 Schläge. Nein das stimmt nicht. Doch. Doch. Nein ich hab Videos gesehen. Das stimmt einfach nicht. Die schlägt trotzdem nur einmal zu. Das stimmt nicht. Du kannst 64 mal zuschlagen. Aber es gibt nur eine Möglichkeit das zu tun. Und zwar klaut Ultima Schwert und eine bestimmte Substanzen Kombi. Mit dritter der Runde zusammen. Dann kriegst du diesen Schaden raus. Hier steht es da. Wenn es zu einem Spieler Charakter passiert. Dann werden sie alle Enemies unkontrollabel. Mit jeder von den Fokus zu tun. Ach warte mal. Liest du für Ketzel vor? Kann das sein? Das ist all Lucky Sevens. Das ist Ketzel Spezial. Deswegen. Da steht all Lucky Sevens. Ja das heißt so. Das ist sein Limit. Also das kann er einsetzen. Und ja dann. Aber die machen dann halt nicht so viel Schaden. Das ist nicht der 7000er Schaden. Das was ich mein. Ich schick dir später mal nen Dings. Da gibt es nen Speedrun der dadurch total versaut wurde. Weil der Gegner kann das auch kriegen. Oh mein Gott. Und dann macht er dich einfach. Und der hat den genau auf irgendwie 1972 oder so war das. war die Zahl runtergeschlagen. Und das ist die Zahl wo der das genau macht. Das war durch Zufall. Weil er an einer Stelle gekrittet hat. Er wusste genau welchen Schaden er mit jedem Schlag macht. Und dann kam der Krit. Und das hat im Endeffekt dafür gesorgt. dass die Dämonen mit einem Schlag auf alle Leute. Weil das ein Massenangriff ist. 7777 Schaden gemacht hat. Fieldwide. Game over. Fieldrun zu Ende. Da steht auch wenn Cloud passiert im Kampf 1 gegen 1 gegen Selfie Road. Da passiert was besonderes. Da wird es nicht triggern. Echt? Okay. Da triggert es einfach nicht. Okay. Aber das... Ich hab das... Ich hab dieses Ding auch... Ich hab ja das Final Fantasy 7 selber gespielt. Ich hab das auch selber gespielt. Du greifst 64 mal an das Blödsinn. Also hier steht... Auf ne PC-Version vielleicht. Oder also keine Ahnung. Aber auf ne Playstation-Version auf gar keinen Fall. Also hier steht, du machst ne halbe Million Damage insgesamte und damit... Ja, wenn du die Ritter der Runde benutzt. Das ist die einzige Möglichkeit so viel Schaden zu machen überhaupt. Das ist wie man die Rubin-Rappen besiegt. Es gibt nur diese Möglichkeit. Anders kann man die nicht besiegen. Weil du sonst viel zu wenig Schaden machst bevor du dir alle deine Charakter einfach im Boden versinken lässt. Was ich übelst krass. Das ist Whirlsand. Die guckt in eine Richtung und... Und der ist weg. Für immer. Die ganze Zeit. Du kannst ihn nicht wiederbeleben. Gar nicht. Der ist einfach weg. Der kommt nach dem Kanzler wieder. Ja, aber... Wenn du was one-shottest, hört's auf. Wenn du was one-shottest? Irgendein Gegner. Wenn du irgendwas one-shottest, hört's auf. Was meinst du jetzt? Anti-64. Achso, das wäre möglich eventuell dann. Klar, weil du one-shottest eigentlich alles in dem Zeitpunkt. Wir müssen vielleicht die Aufnahme fertig machen. Weil die müssen das jetzt nicht alles machen. Absolut. Achso, wir sind fertig. Okay. Klar, wir haben ja Fehl-Pointe gekriegt schon, ja. Und wenn der Kampf dann erst...